Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Es herrscht Fassungslosigkeit. Unsere Prinz, Protagonistin Anna, alias Frozen Goebel, ist mit ihrem Linguistikstudium endlich fertig. Während der Schlacht, der Abschlussphase, hat sie sich entschlossen, Astronautin zu werden. Verfolgt von unfähigen Sachbearbeitern des Imperiums, eilt sie an Bord ihres Pappkartons, Raumschiffes, zur NASA, um ihren großen Traum wahr werden zu lassen. So oder so ähnlich klingt hoffentlich die unautorisierte Verfilmung meines Webcomics Unemployed Bum, ein Slice-of-Life-Comic, der mit viel Humor mein Leben auf die Schippe nimmt. Ihr findet mich auf Instagram unter Frozen Goebel. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der nächsten Folge der Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen alle miteinander zu den Comic-Cookies Folge 122. Ich bin ein Andi und mit mir heute wieder zusammen ist ein Breedstorm, ein Patrick und noch ein Andi. Herzlich willkommen in die Runde. Hallo. Hi. Tag. Alles mit dabei, was man sich so wünschen kann in der Keksdose der Comic-Kultur. Wir werden heute mal wieder über Comics sprechen, wie nahezu jedes Mal. Jeder hat ein paar Comics mitgebracht, die wir vorstellen. Dann haben wir einen, den wir weitestgehend gemeinsam vorstellen. Vorneweg haben wir noch ein anderes Thema, das wir besprechen wollen. Legen wir mal los mit der üblichen Vorstellungsrunde. Gehen wir direkt in Medias Res und sagen mal, welche Titel wir heute so mit dabei haben, bevor wir irgendwas anderes machen. Andi, welche Titel stellst du heute vor? Bei mir geht es heute zunächst um die, soweit ich das recherchiert habe, ersten drei Sammelbände zu Werner, also von Brösel dieser Werner, die es vor irgendwie in den 80ern mal gab. Und dann geht es heute, weil ich mir jetzt fest vorgenommen habe, ich möchte, wenn das soweit klappt, in jeder Ausgabe der Comic-Cookies mindestens ein Klassiker besprechen. Und eigentlich wäre Werner ja schon ein solcher Klassiker, aber ich hatte halt schon angefangen. Und deswegen reden wir heute auch über, bei DC Comics erschienen oder eben Panini Comics, die Green Lantern, Green Arrow Collection oder wie man es international kennt, Hard Travelling Heroes. Breedstorm, was gibt es bei dir? Ja, ich habe auch eine Rückkehr in die 80er geplant, und zwar mit der neuen YPS-Serie, mit dem Heft 1, der Neuauflage. Außerdem habe ich dabei The Walking Dead, der Fremde. Patrick, was hast du dabei? Ich habe ein Doppel von Splitter. Ich habe unter anderem Crossover und Psycho-Investigator. Von Splitter habe ich auch was. Also bei mir gibt es heute The Me You Love in the Dark und dann noch My Pretty Vampire. Und zusammen werden wir besprechen den deutschen Manga Mortalis von Dominic Jell, der bei Carlsen erschienen ist. Das machen wir dann in der Cookies Code Authority gegen Ende dieser Folge. Aber zu Beginn hat der Andi ein Thema mitgebracht, das er mit uns besprechen wollte. Stell doch mal die Frage, die du hier diskutieren willst. Ich finde es ja immer gut, wenn man so ein bisschen weiß, was wir eigentlich sonst noch so machen, außer Comics lesen und drüber sprechen. Und genau genommen will ich aber trotzdem über das Comic lesen reden, aber so ein bisschen allgemeiner. Denn ich behaupte mal, dass wir vier, wie wir hier so unseren Alltag bestreiten und der ist ja nicht nur durch Comics geprägt, sondern auch durch andere Sachen, ganz unterschiedliche Lesegewohnheiten haben. Ich gehe stark davon aus, dass wir zu unterschiedlichsten Zeiten in unterschiedlichem Ausmaß und auch unter unterschiedlichen Bedingungen Comics generelle, eben einfach sequenzielle Kunst lesen. Und das würde ich gerne heute mit euch ein bisschen besprechen wollen. Wir wollen mich einfach mal interessiert, wie das bei euch denn nun letztlich wirklich so aussieht und wann ihr dazu kommt, Comics zu lesen. Ja, vor allem auch unter welchen Bedingungen und so. Denn ich glaube, dass das bei uns, wie gesagt, sehr unterschiedlich ist. Und vor allem würde mich da natürlich auch im Anschluss interessieren, wie das bei unseren Hörern, in unserem Publikum aussieht. Und da freuen wir uns natürlich immer über auch entsprechende Kommentare und ja Austausch einfach auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens und natürlich eben auch auf Telegram und Signal, dann in den Chatgruppen, die ihr auch in den Shownotes findet. Da wollen wir einfach mal ein bisschen wissen, wer seid ihr eigentlich? Mir ist nämlich aufgefallen, dass es so Leute gibt wie den Patrick, die halt ständig schreiben, oh, ich habe mal eben hier den Comic Epsilon einfach am Stück weggelesen und so. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, denn ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen ganzen Comic gerade längere am Stück gelesen habe. Sei es jetzt sowas wie dieser Mortales, den wir am Ende besprechen werden. Das ist so ein Manga, den hat man ja eigentlich, sag ich mal, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und Ruhe, hat man den eigentlich in 30 Minuten durchgelesen. Und das habe ich nicht geschafft. Also ich habe einfach absolut nicht diese Gelegenheiten, mich mal wirklich 30 Minuten am Stück in Ruhe hinzusetzen, unabgelenkt und so ein Comic aufzunehmen, mir die Zeit in Ruhe dazu nehmen. Das ist die absolute Ausnahme. Und ich habe dafür ganz viele kleine Gelegenheiten, sowas zu machen. Und darüber möchte ich mich heute ein bisschen mit euch austauschen. Tja, wo habe ich denn zum Beispiel die Comics gelesen, die ich heute hier am Start habe? Also diesen Green Lantern, Green Arrow Band, der hat so 350, 360 Seiten. Das ist ein Riesending. Und das leste nicht mal eben so. Das ist in ganz vielen kleinen Etappen an unterschiedlichsten Stellen geschehen, dass ich den gelesen habe. Und das ist ja auch so ein Band, so viel sei schon mal gesagt. Das ist, glaube ich, der finanziell gesehen teuerste Comic, den ich hier habe. Der hat aktuell schätzungsweise einen Marktwert von circa 100 Euro, diese Ausgabe, die ich hier habe. Und ich würde niemals so einen Comic mit zu meiner üblichen Leseoption oder zu meinem Leseort mitnehmen, nämlich einen Spielplatz. Würde ich nie machen, weil da kommen ja Sandkörner rein. Das ist so viel bedeutet mir so ein Comic dann schon, dass ich ihn halt nicht komplett tramponiert kaputt sehen möchte, weil irgendwer muss noch mal fix zur Seite legen und dann liegt er halt im Dreck. Und das will ich alles nicht mit so einem wertvollen Ding hier im schönen Ledereinband und so. Und dann gibt es aber auch so Comics, keine Ahnung, wie diese Werner-Dinger, die bröseln mir sowieso schon entgegeln. Und das ist auch völlig egal, wie der Zustand von dem Ding ist. Oder sowas wie Mortal ist, weil du den so fix mal eben weggelesen hast. Der ist wunderschön und so, aber auch den, den habe ich auch auf einem Spielplatz gelesen, sogar im Dunkeln. Mit schreienden Kindern um mich rum. Und das ist ganz unterschiedlich. Oder digital zum Beispiel. Ich lese ja wahnsinnig viel digitale Sachen. Es gibt Dinge, da lese ich mal ein paar Seiten digital. Wo könnte es denn, keine Ahnung, früher bei diesen Comixology-Sachen oder so, wo man sich halt so schön so durchklicken kann durch die Panels. Das habe ich früher im Bett schon gern mal gemacht. Aber dann gibt es auch so Gelegenheiten, wo, also ich schlafe dann auch relativ fix ein, deswegen schaffe ich da, wenn ich überhaupt drei, vier Seiten bin, dann weg. Aber manchmal, da gibt es dann auch so Sachen, die habe ich hier, glaube ich, auch mal vorgestellt. Ich kriege ja relativ viele auch PDFs zugeschickt von den PressevertreterInnen. Und da sind dann halt auch mal Comics dabei, die mich voll in ihren Bann ziehen. Und ich bin scheinbar noch nicht so müde. Und da liege ich halt mit dem Tablet im Bett. Und dann lese ich mal zwei Stunden auf diesem Tablet kurz vorm Einschlafen. Also es ist super unterschiedlich, aber es ist wirklich sau selten, dass ich genug Ruhe und vor allem Konzentration auch habe, um mal länger am Stück zu lesen. Weil auch die Bedingungen so ganz unterschiedlich sind, wie und was ich lese. Und deswegen würde mich interessieren, wie das bei euch aussieht. Ich weiß, Patrick zum Beispiel liest auch in der Bahn. Das konnte ich früher auch machen, als ich noch sehr viel mehr Bahn gefahren bin. Bei Breedsom sieht es auch ähnlich aus. Vielleicht wollt ihr mal so ein bisschen erzählen. Patrick, vielleicht fängst du mal an, weil ich dich gerade so rausgefischt hatte. Wie sieht so dein Comic-Lese-Alltag aus? Wo und wie lest du eigentlich? Also ich lese es oft zur Entspannung. Das heißt, bei mir wirklich unterschiedlichste Sachen. Entweder bei mir im Leseeck, im Garten, wenn ich auf die Katze aufpasse, wirklich in der Bahn oder eben am Klo. Da lese ich auch. Also ich lese das wirklich dann zu den unterschiedlichsten Zeiten. Bei mir hilft das dann eben auch, sich zu konzentrieren. Aber ich passe das da auch quasi so meinem Zustand an. Wenn ich total angeschlagen bin, dann lese ich auch eher sowas locker Leichtes wie Werner. Wenn ich dann aber einen Tag habe, wo ich mal frei habe und entspannen kann, dann haue ich mir eben auch sowas rein wie Monster oder From Hell. Also es ist bei mir auch so ein bisschen zustandsabhängig und auch mit welchen Fortbewegungsmitteln ich unterwegs bin. Also wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, dann nehme ich mir jetzt auch nicht die teuren Comics mit, sondern da habe ich dann auch eher so die Taschenbücher mit. Und wie lange am Stück liest du? Also ich meine, vermutlich gibt es aufgrund deiner privaten Situation jetzt nicht so oft Unterbrechungen, könnte ich mir vorstellen. Liest du dann immer gleich so im Schnitt eine halbe, eine ganze Stunde am Stück oder sind es auch mal eben so fünf Minuten irgendwie? Ich meine, keine Ahnung. Also man muss selbst entscheiden, wie offen du sein willst. Aber du sagtest ja, du liest auf dem Klo. Das kann ja zwischen fünf und 50 Minuten alles bedeuten, ne? Ja, es hängt aber auch davon ab, wie sehr mich ein Comic packt oder wie viel Zeit ich da gerade habe. Also auch das, da variieren die Phasen dann schon. Ich habe auch mal diese Phasen, wo ich nur fünf bis dreißig Minuten dazu komme zu lesen. Also es ist nicht so, dass ich permanent irgendwelche dicken Wälzer dadurch lese. Hast du dann immer so, ich sag mal, Lese-Sessions, dass du halt, so, ich habe jetzt offensichtlich Bock auf Freizeit und Popkultur und jetzt gönne ich mir mal 20 Minuten oder ist es so, du liest überall so ein bisschen was oder liest aber immer dasselbe am Stück oder machst du es zum Beispiel so wie ich, ich habe so gefünft, ich lese immer sieben bis zehn Comics gleichzeitig und ich auf dem einen Gerät den einen lese und auf dem anderen Gerät das andere und dann liegt hier aber noch der Comic rum, der halt jetzt besser für den Spielplatz geeignet ist oder das Heft, das ich mal eben für unterwegs mitnehme oder in der Mittagspause dann über den Arbeitsrechner hier irgendwo im Internet was aufrufen. Wie sieht denn das aus? Nee, bei mir sind das auch so drei, vier unterschiedliche Comics parallel und ab und zu, du weißt das ja, ich gucke auch gerne Filme und Serien, also auch damit wechsle ich das ab. Also ich mache das Medium auch abhängig von meinem Müdigkeitszustand oder ob ich eben Besuch von Kumpels habe oder eben im Kino, also das ist ja auch wieder so ein Zeitfaktor. Breedzone, du liest viel in der Bahn, ne? Ich lese viel in der Bahn, aber keine Comics tatsächlich. Ist das peinlich? Nee, es ist einfach eine logistische Sache. Erstens, die Comics sind sehr schnell durch, muss ich sagen. Zweitens, sind mir dann meistens auch zu schade, um die irgendwie in meinem Rucksack durch die Gegend zu transportieren. Also das und es sind natürlich auch echt oft auch dicke Wälzer. Also ich bevorzuge dann tatsächlich so ein Taschenbuch oder sowas in der Bahn, was ich einfach runterlesen kann. Meine Leseorte sind tatsächlich eher Bett und Couch dann und ja, wenn die Kinder im Bett sind zum Beispiel oder am Wochenende ist da jetzt primär die Zeit. Und liest du dann, wenn du sagst, die Kinder am Bett dann noch so zum Runterkommen oder hast du so regelmäßige feste Zeiten, dass du sagst, du kannst dich richtig drauf freuen, abends, keine Ahnung, ich sag jetzt mal eine Uhrzeit, die vielleicht unrealistisch ist, ab 21 Uhr ist deine Zeit oder meinetwegen auch sonst was für Zeit, auf jeden Fall eine planbare Zeit, wo du dann mal so eine Stunde für so einen Comic hast. Kann man das so sagen? Hast du da so einen Rhythmus drin? Zum Runterkommen würde ich nicht sagen, abends bin ich schon ausgiebig müde. Deswegen kann es mal sein, dass ich nur zehn Minuten lese. Es kann auch sein, dass ich eine Dreiviertelstunde Stunde lese. Also es ist ganz verschieden und je nach Tagesform. Am Wochenende halt auch spontan. Aber was ich jetzt zum Beispiel nicht mache, ist Sachen parallel lesen. Also zumindest lese ich nicht drei verschiedene Comics. Es kann natürlich sein, dass ich ein Buch lese und parallel dazu ein Comic. Das passiert, aber ich fange nicht fünf Comics an und bevor ich das erste beendet habe. Warum? Ich glaube, ist einfach aufgrund der Menge steht mir das besser zu Gesicht. Da kann ich mir das besser merken, wo ich war. Ab einem gewissen Punkt wird es halt auch unübersichtlich, finde ich. Deswegen habe ich zum Beispiel auch seinerzeit meine Abos einfach liegen lassen und habe die dann im Stück gelesen, weil ich im Zweifel dann nicht mehr genau wusste, was war da jetzt eigentlich nochmal vor einem Monat. Und für mich ist es vom Lesefluss her deutlich besser. Hast du auch das Problem, dass es dann mit der Konzentration manchmal nicht so funktioniert? Ich kann mich gerade so, also jetzt hier, das kann man auch mal sagen, in dem Green Lantern Hard Travelling Heroes Ding, da sind schon Längen auch drin. Und dann muss man da sich vielleicht mal besonders konzentrieren und so. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst davor, dass der Pettig mir irgendwann mal diesen Monster ausleiht, den er in der letzten Ausgabe vorgestellt hat. Weil ich glaube, da muss ich mich halt konzentrieren. Und das schaffe ich nicht mehr so gut. Geht dir das ähnlich? Ja, also es kann sein, dass ich ein Band auf dem schlechten Fuß erwische. Wie zum Beispiel, zwischendurch hatte ich bei den Hellboy-Universum-Bänden mal die Lust verloren. Wenn ich das zu einem anderen Zeitpunkt dann wieder anfange zu lesen, mache einen zweiten Versuch, dann gelingt es besser. Ja, wenn ich einfach in der besseren Stimmung bin. Weil es gibt, wie du es schon sagst, manchmal Sachen, die kannst du so nebenher lesen, weil es jetzt nicht gerade eine tiefer gehende Handlung ist und Sachen, wo du sehr, sehr viel mitdenken musst, das ist halt eine andere Leseliga dann wieder. Ja, und Andi, wie ist das bei dir? Du bringst ja doch regelmäßig Sachen aus der Bibliothek auch, glaube ich, mit nach Hause und liest die dann. Machst du dann so, das wirkt so ein bisschen wie Marathon-Lesen. Als ob du dann so Bock hast. Du, heute lest dich drei große Comics. Ja, so manchmal ist es so. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich lese jetzt nicht sehr regelmäßig Comics, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag was lese. Aber es gibt dann tatsächlich so diese Phasen, wo ich dann irgendwie, ja, gerade am Wochenende, wenn ich auch Zeit habe oder so, halt mal zwei hintereinander weglese. Kommt natürlich mal auf die Länge der Comics dann natürlich an, ist auch klar. Bei mir, ich brauche immer eine sehr, auch so eine Wachphase, also ich kann nicht gut, wenn ich zu müde bin oder unfokussiert bin, ein Comic lesen oder generell mich auf irgendwie eine Geschichte konzentrieren und gerade wenn ich es dann auch wirklich zum Beispiel jetzt auch für einen Podcast vorbereite oder so, will ich es auch schon mit einer gewissen Aufmerksamkeit das Ganze dann auch konsumieren und gerade jetzt in den letzten paar Jahren mit der Pandemie, seit ich im Homeoffice arbeite, habe ich dann zum Beispiel häufig vor der Arbeit gelesen. Also wenn ich morgens relativ früh wach bin und dann noch Zeit habe, bis ich das Arbeiten anfange, dass ich dann in der Zeit was lese, wenn ich noch frisch bin und noch nicht von der Arbeit irgendwie müde gemacht oder dann eben, wie gesagt, so am Wochenende oder auch so zwischen Arbeitsende und Abendessen oder was auch immer, wenn ich da dann irgendwie noch wach genug bin und dann, na klar kommt es natürlich auch auf sowas an, wie wenn ich jetzt gerade für einen Podcast was vorbereite, dann muss ich mir quasi so die Zeit nehmen und mir halt auch irgendwie zurechtlegen, dass ich die Sachen dann auch gelesen habe, rechtzeitig. Und ich mag es dann aber auch lieber, also ich mag jetzt auch nicht so in fünf oder zehn Minuten Abschnitten irgendwas lesen. Ich schaue dann schon, dass ich je nach Länge das Buch ist, dann halt entsprechend auch wieder das am Stück durchlese oder so in wenigen Sitzungen, aber eben schon in so Segmenten, die dann wenigstens eine halbe Stunde oder eine Stunde dann auch, ja, auch sind. Natürlich, klar, wenn du halt sowas nimmst wie ein Sammelband von einer amerikanischen Serie, wo dann jedes Kapitel halt irgendwie nur 20 oder 22 Seiten hat, dann liest du halt auch mal eine Viertelstunde irgendwie ein so ein Kapitel. Also ich finde so, für mich persönlich und das ist bei Romanen zum Beispiel auch ganz genauso, für mich sind so Kapitel sehr, sehr praktisch, weil ich dann immer weiß, okay, ich habe ein Kapitel, so irgendwie eine abgeschlossene Einheit, an der ich dann wieder eine Pause machen kann, wenn ich eine Pause da brauche, aber einfach so irgendwo mittendrin an irgendeiner x-beliebigen Stelle dann Pause zu machen und da dann wieder einzusetzen, das mache ich nicht so gerne, wenn ich das vermeiden kann, weil es halt natürlich einfach auch erzählerisch ja irgendwie doch auch ja dahin geschrieben ist auf solche Kapitelpausen quasi. Und ja, parallel lese ich auch nicht gerne, also ich schaue schon, dass ich dann auch immer wenigstens ein Buch beendet habe, bevor ich ein anderes beginne, ist ein bisschen aufgeweicht dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auch gerade auf dem Tablet auf Tapas einen Comic lese, von dem ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht genau weiß, wie viele Kapitel das überhaupt sind oder so, also dass ich halt am Tablet diesen Comic immer mal wieder lese und dann aber halt parallel dann jetzt gerade jetzt auch für den Podcast eben halt andere Comics auch noch gelesen habe oder wenn halt ein Comic wirklich besonders dick ist und ich den nicht in ein oder zwei oder drei Sitzungen durch habe, dass ich dann halt auch irgendwie zwischendurch mal noch einen kürzeren oder so gelesen habe, aber ich habe jetzt eigentlich nicht gleichzeitig drei oder vier angefangene Comics so nebenbei da liegen. Hast du denn immer so diesen einen Notfallcomic dabei? Also sei es jetzt auf dem Handy oder halt auch in analoger Form, dass wenn du unterwegs bist, keine Ahnung, man geht spazieren oder wandern oder was man halt mal so macht, wenn man halt nicht vor einem Rechner sitzt oder so und dann gibt es ja manchmal trotzdem schon die Gelegenheit, dass man sich einfach mal hinsetzt oder man hat mal Ruhe oder so und hast du dann immer so diesen Notfallcomic dabei, um irgendwie Zeit zu überbrücken, so wie ich das zum Beispiel auch habe. Häufig ist da einfach in irgendeiner, keine Ahnung, im Handschuhfach, im Auto oder so liegt da halt irgendwas, das unbedingt gelesen werden will und dann ist halt genau der richtige Zeitpunkt gekommen oder halt auf dem Handy, wo du durch irgendwas durchscrollen kannst, meinetwegen auch auf Tapas oder so. Hast du das auch oder ist das eher nicht der Fall? Also da muss man jetzt auch wieder so ein bisschen unterscheiden zwischen Prä-Pandemie und Post-Pandemie oder In-Pandemie. Also früher, wo ich noch mehr unterwegs war, allein schon auch durch Arbeitswege und so, was ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre fast nicht mehr hatte, ich hatte immer was zu lesen im Rucksack. Meistens allerdings auch eher ein Roman oder ein Sachbuch, auch weniger ein Comic, aber auch schon auch mal Comics aus ähnlichen Gründen, wie Breedstorm es schon beschrieben hat, Romanen, je nachdem, wie viel Zeit man überbrücken muss, also als ich noch längere Bahnfahrten hatte zum Beispiel, so auch eher ein Roman oder dann eben auch die, ja, die Größe des Comics, die dann halt manchmal nicht so praktisch ist und ein Taschenbuch dann leicht einzustecken ist. Also da bieten sich dann Manga zum Beispiel wieder an, was das Format angeht, die sind eher Rucksack geeignet als jetzt so Alben. Aber jetzt, ja, in den letzten Jahren bin ich tatsächlich nicht so viel so unterwegs gewesen und habe jetzt auch eher mal ein Skizzenbuch zum Beispiel einstecken, dass ich so zwischendurch mal ein bisschen rumkritzel, statt zu lesen, wenn ich mal irgendwie so so Lücken habe. Auf dem Telefon lese ich nicht so gerne und nicht so viel. Prinzipiell, ich habe jetzt die Tapas-App auf dem Telefon, also ich hätte die Gelegenheit und habe da auch schon ab und zu mal ein bisschen was gelesen. Wie gesagt, ich lese da gerade einen Comic, den lese ich so hauptsächlich auf dem Tablet, aber ich habe davon auch schon Teile ein bisschen auf dem Telefon gelesen. Also die Möglichkeit ist da, aber die, ja, die Gelegenheiten ergeben sich jetzt in den letzten paar Jahren nicht so häufig, dass ich unterwegs lese. Ja, okay. Das finde ich spannend, dass ihr da offensichtlich halt so einfach mal so eine richtige Session, sag ich mal, einlegen könnt und ist auch ein bisschen beneidenswert. Ich habe das heute machen können, tatsächlich noch um den Green Lantern, Green Aerobun zu Ende zu lesen, aber das ist bei mir wirklich die absolute Ausnahme. Das ist natürlich auch so ein Ding, wie du es ja beschrieben hast, das sind natürlich so Lebensumstände. Also ich habe keine Kinder und ich weiß das natürlich von anderen Freunden auch, also ich fange keinen Film an, wenn ich weiß, ich schaffe ihn nicht zu Ende. Also ich mache nicht einen Film an, wenn ich weiß, ich kann nur eine Stunde davon gucken. Dann lasse ich es gleich bleiben und ich warte auf den Moment, wo ich den kompletten Film schauen kann. Und dann, klar, Freunde mit Kindern oder so, die sagen, ja, ich schaffe es halt nur so in 20 Minuten Abschnitten oder vielleicht mal eine halbe Stunde, wenn ich einen Film sehen will, so nebenbei auf dem Tablet und so. Aber klar, das sind einfach dann die anderen Lebensumstände. Aber du hast da mit der Pandemie einen verdammt guten Punkt angeschnitten. Deswegen lese ich kaum noch Bücher. Ich habe vor der Pandemie angefangen, die Witcher-Bücher zu lesen und dann haben die zwei Jahre quasi rumgelegen und da habe ich auch irgendwie nicht die Muße gefunden, mich da wieder reinzulesen. Das hat wirklich zwei Jahre gedauert, bis ich das dann zu Ende gelesen habe. Beim Comic ist da bei mir diese Schwelle deutlich geringer und vor allem dadurch, dass ich das dann auch in der Bahn mit habe und die, wie ihr alle mittlerweile wisst, regelmäßig bei mir ausfällt oder ich dann eine Stunde festsitze. Das sind dann die Zeiten, wo ich dann den Comic auspacke und da binge ich die dann auch am Stück. Und da passt eben dieser Filmvergleich. Ich fange auch keinen Film an und sage dann nach 20 Minuten, ja okay, jetzt ist gut. Ich will das dann auch durchhaben. Mhm. Das ist eh faszinierend. Allein das ist Grund, sich in irgendeiner Form mal beim Comic-Stammtisch Frankfurt zu melden, damit ihr nämlich in diese Orga-Chat-Gruppe kommt und dann immer protokollarisch mitzuverfolgen, wie der Patrick da wirklich durch die apokalyptischsten Zustände nach Hause kommt. Allein das ist, also für mich als Lesenden ist das ein bisschen unterhaltsam, Patrick. Sorry. Das ist mir klar. Und das hat sich jetzt zum Running Gag etabliert. Ihr wollt ja quasi immer wissen, bist du mal zu Hause angekommen? Das ist selten passiert oder fast gar nicht, dass ich mal ohne Komplikation nach Hause gekommen bin. Ist leider ein böser Running Gag für mich. Aber sehr schön, dass ihr da dran Spaß habt. Ja, das hat mich einfach mal interessiert, wie unterschiedlich das ist und zu was für Situationen legst. Also vielleicht noch wo? Zu Hause auf Couch und Bett. Ich habe zum Beispiel so einen Lesesessel, da habe ich vorhin voll gut drin gesessen. Das ist so ein Standard-Vip-Ding, das haben ganz viele zu Hause stehen. Das gibt es bei einem großen schwedischen Möbelhändler. Und das ist voll gemütlich und so. Und das passiert so einmal im Quartal, dass ich mal so eine Stunde am Stück finde, mich da in meinen Lesesessel reinzusetzen. Das ist ansonsten relativ unspektakulär und relativ kahl drumherum. Und der steht auch im Laufe der Monate immer irgendwo anders in dieser Wohnung. Aber das ist mein Lesesessel. Und da gibt es ja auch zum Beispiel so Leute wie die Sandra von Booknapping beziehungsweise Drei Frauen and Comics, dem Comic-Klatsch, die gerne mal Fotos davon postet, wie sie gerade irgendwo liest. Die sitzt gerne im Garten oder eben auch in ihrer Comic- beziehungsweise Leseecke viel eher. Das ist auch super schön eingerichtet und so. Und mich persönlich macht das alles so ein bisschen neidisch. So ein bisschen zumindest. Aber andere Zeiten, andere Umstände. Und interessant mal zu hören, dass ihr dieses 6-7-Comics-Parallel-Lesen-Ding nicht so macht. Was bei mir halt absolut Standard ist. Geht gar nicht anders. Ja, so ist das. Danke. Dann kommen wir zur Hauptveranstaltung der heutigen Folge, wie bei jeder Folge, der Besprechung von Comics, die wir gelesen haben, die wir gut finden, die wir schlecht finden, die wir medioker finden, wie auch immer. Das werden wir rausfinden. Und wir beginnen heute mit dem Breedstorm, unserer ersten Comic-Vorstellung. Dann leg mal los. Ja, und schon sind wir in den 70ern und in den 80ern, denn ich bin wieder bei Yps gelandet. Yps ist sicherlich jedem ein Begriff, der in den 80ern lesen gelernt hat. Denn das war ein Ding, was an den Kiosken sehr präsent war. Ich habe jetzt nachgelesen. Und zwar ist es in seiner Urform von 1975 bis 1999 tatsächlich erschienen. Und das Besondere an Yps war natürlich damals, dass es einen Gimmick hatte. Also es war irgendwas Cooles mit dabei. Nicht nur so ein Aufkleber oder so ein Poster oder sonst irgendwas, was man vielleicht in der Mickey Mouse hatte. Oder irgendwelche kartonierten Bastelsachen. Das waren auch in anderen Zeitschriften so die Beilagen. Sondern Yps hatte schon sehr früh irgendwelche Sachen, die Spaß gemacht haben. Irgendwas zum Basteln. In größerem Umfang hatte das immer dabei. Und das war doch schon so was wie ein Alleinstellungsmerkmal. Heute, wenn ich mir den Supermarkt angucke, ist bei allem Plastik dabei. In großen Mengen. Und das ist so ein bisschen der Hauptanreizpunkt, glaube ich, oft auch diese Dinger zu kaufen. Wir hatten das schon mal thematisiert. Aber damals war das tatsächlich noch was Seltenes. Und sie hatten teilweise richtig coole Scheiß dabei. Manchmal hatten sie aber auch nur ganz schrecklichen Scheiß dabei. Und ich weiß ja, dass der Andi Süd auch einige Zeit Yps gelesen hat. Wahrscheinlich sogar noch mehr als ich. Weil ich dann auch andere Sachen dann noch viel konsumiert habe zu der Zeit. Und das wird auf jeden Fall eine interessante Diskussion. Ursprünglich entstanden, auch das musste ich nachlesen, ist Yps aus einem Heft, was in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs erschienen ist, illegal entwickelt worden. Und zwar der junge Patriot, Le Jeune Patriot. Nämlich das war nicht ein Comic der kommunistischen Partei, die da natürlich nur versteckt erscheinen konnte. Und das hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Also es hieß dann irgendwann Piff der junge Patriot oder dann Vellon. Und irgendwann hieß es auch Piff Gadget. Und auch da tauchte das Ganze auf mit dem Gimmick, was wir dabei hatten. Also eine extra ordinäre Beilage, die die Leute zum Kaufen bewegt hat. Also die haben wirklich richtig viel verkauft in Frankreich. Und dieser ganze Erfolg hat dazu geführt, dass viele Länder Yps oder auch Piff in ihrem Land irgendwie unbenannt haben und was Eigenes in dieser Art rausgebracht haben. Aber sehr oft auch mit den Comics, die die da benutzt haben. Also es gab in Spanien, gab es sowas in Finnland. Also ganz, ganz viele Länder haben dieses Konzept irgendwann übernommen, dass du nicht nur einen Comic hast, sondern eine Beilage. Natürlich war es für mich, der da schon sehr, sehr viel gelesen hatte von meinen Cousins seinerzeit, alte Comics teilweise aus den 70ern, schon so, dass ich schon ein bisschen, ja ein bisschen verwöhnt war einfach auch mit Comics. Und für meinen persönlichen Geschmack war das mit Yps immer so ein bisschen so, ja, es gab ein paar Comics, die mir gefallen haben, aber es gab auch welche, die waren mir mehr oder weniger, wie du es genannt hast, medioker. Und manche fand ich auch fürchterlich halt, wie die gemacht waren. Und es war immer, es war auch so, diese Sichtweise war es so ein bisschen natürlich wie eine Anthologie. Man findet immer was, was man richtig gut findet. Man findet auch manche Sachen, die man nicht so gut findet. Sehr, sehr viele Eigenproduktionen haben sie tatsächlich gemacht, die es in Frankreich gar nicht gab. Und wie zum Beispiel Yps, also das ist ein grünes Känguru, was ein bisschen kariert ist und was mit einer Maus und einem Frosch und so weiter interagiert und lustige Abenteuer erlebt. Das gab es in Frankreich nicht, sondern das ist eine deutsche Eigenproduktion. Ebenso wie Yini und Jan, um mal ein zweites Comic zu nennen, was in diesen neuen Yps wieder nachgedruckt wurde. Auch das ist eine deutsche Eigenproduktion. Während natürlich das ursprüngliche, also Piff, bei uns als, ich glaube Piff und Herkules wurde es genannt, erschienen, das ist natürlich ein Nachdruck von den französischen Sachen. Neben diesen Sachen hatten sie noch sehr viel Lizenzware. Also man konnte auch sehr viel Lucky Luke und Asterix lesen in Yps, aber halt niemals einen ganzen Band, sondern du musst es dann immer den nächsten kaufen. Also das Konzept von der Fortsetzungsgeschichte haben die sehr gut begriffen. Und ja, man wollte dann natürlich, wenn du dann mal so einen geilen Band drin hattest, wie zum Beispiel irgendeinen Asterix oder was auch immer, auch Percy Pickwick, eine bekannte franco-belgische Serie, ist im Yps erschienen, wolltest du dann natürlich auch ganz gern das Ding komplett haben. Und das war natürlich ein weiterer Anreiz bei der ganzen Geschichte. Ja, das Gimmick, ich habe es schon beschrieben, da gab es sehr, sehr interessante Sachen. Es gab den Ostereierbaum, also wirklich eine Pflanze, die du dir wachsen lassen konntest und wo du dann irgendwann die Ostereier ernten konntest und dir in der Pfanne braten. Spoiler, also mir hat es richtig scheiße geschmeckt damals. Es gab Sachen, die immer wieder gekehrt sind, weil sie so beliebt waren, wie die Urzeitkrebse, wenn ihr das kennt, also die Sea Monkeys, wie ihr es vielleicht aus so klassischen 80er-Sachen irgendwo mal gesehen habt, also solche, ja, wo man die Eier von solchen, ja, was weiß ich, was das ist, so Flusskrebs-ähnlichen kleinen Viechern dann züchten konnte. In dem nächsten Heft gab es dann auch das Futter für die, dass die nicht verhungern, ganz wichtig. Ist auch nicht immer gut ausgegangen, ehrlich gesagt, wenn man das gemacht hat. Also da hat es auch mal eine ganze Population dahingerafft, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Sie hatten aber auch sehr viel, was ich sehr geil fand, so Outdoor-Sachen. Also ich hatte zum Beispiel ein hervorragendes Survival-Handbuch von denen, wo wirklich ein paar brauchbare Tipps drin waren. Oder du hattest ein Survival-Zelt, das war einfach eine sehr große Plastikplane. Du hattest, ich hatte zum Beispiel ein Periskop, ein Agenten-Periskop aus Plastik, das konntest du so aufziehen, um um Ecken zu gucken. Also im Prinzip sowas wie ein Graben-Periskop im Ersten Weltkrieg, ein Weltkrieg, bloß halt für Kinder. Auch eine sehr schöne Idee. Und so gab es alles Mögliche. Es gab Sachen, wo du was mit schießen konntest. Es gab manchmal irgendwelche Figuren von irgendwelchen Lizenz-Sachen. Zum Beispiel in Konkurrenz zu, weiß ich noch, in Konkurrenz zu Playmobil gab es eine Firma, die hieß Big. Also Play Big hat sich nicht so durchgesetzt. Aber die hatten zum Beispiel öfters mal Figuren drin. Und wahrscheinlich das teuerste Yps-Heft schlechthin ist das, in der ein Stormtrooper drin war von Star Wars als Figur. Und wenn du das noch original verpackt und so drin hast, dann kannst du da guten vier- bis fünfstelligen Betrag für bekommen von bekloppten Star Wars-Sammler. Also das funktioniert, glaube ich, heutzutage nicht mehr ganz so gut. Aber, das war jetzt sehr weit ausgeholt, das neue Yps ist natürlich nicht dieselbe Zielgruppe. Weil mit diesem Konzept könntest du heute wahrscheinlich nicht mehr so gut arbeiten. Die Lesegewohnheiten von den Kindern sind, glaube ich, auch ein bisschen anders und es richtet sich auch tatsächlich meiner Meinung nach auf keinen Fall an Kinder, sondern es ist halt wirklich diese an, sage ich mal, Leute zwischen, sage ich mal, Ende 30 aufwärts die das früher hatten und die so einen Retro-Charme damit spüren wollen. Das sehen wir zum Beispiel in den nachgedruckten Comics, die drin sind. Wir haben, außer denen, die ich genannt habe, haben wir zum Beispiel auch Prinz Eisenherz ist mit drin und so weiter. Das ist alles ganz nett, aber ich glaube, deswegen kauft man das nicht, sondern man sieht es schon an den Cover, da sind es ein riesiges Potpourri an Leuten, die in den 70ern und 80ern bekannt waren. Wir haben Colt Severs, wir haben Magnum drauf, wir haben Rudi Carell drauf, wir haben Alf drauf, Captain Future, David Hasselhoff, wir haben Alf drauf, He-Man, drei Engel für Charlie und in diesen Superman, das ist wichtig, ja, Christopher Reeves, genau, in diesen, in diesen Universum spielt sich das Ganze ab und es weckt einfach jede Menge Kindheitserinnerungen, ja, also da hat, E. Harper bringt das mittlerweile raus, die haben sich damals als, ups, vor die Hunde gegangen ist, die Rechte gekauft, in diese Kerbe schlägt E. Harper jetzt volles Paket mit rein und so sind auch die, die Artikel in dem Heft, also man hat immer so ein paar Comics-Seiten und dann kommen wir zu eigenen Artikeln, wir haben ein Interview mit Terrence Hill zum Beispiel, der in den 80ern natürlich gottgleich war, ja, also da wollte man alles sehen, was da irgendwie dargestellt wird, wir haben natürlich auch zu anderen Seen was, wir haben ja verrückte Erfindungen, die es damals schon gab, also vom ersten Gameboy und Spielkonsolen vom Rubik's Cube über die ersten Walkmans und so weiter, da ist alles, darüber wird was geschrieben, auch interviewt ist worden, ist Ingol Pflück, der Formel 1 moderiert hat, also eine Musiksendung in den 80ern, als wir alten Leute noch keinen MTV hatten, da gab es einmal die Formel 1, da konntest du dir Musikvideos und sowas anschauen und so ist es eine wunderbare Sammlung, wenn man sich einfach ein bisschen zurückerinnern will, sind auch teilweise Erinnerungen hochgekommen an Sachen, die ich schon verdrängt hatte, wie so, ja, die ZDF-Weihnachtsserien, denn immer um die Weihnachtszeit, da mussten im ZDF-Serien abgefeiert werden, Dinge wie Tim Thaler, Patrick Packard oder Anna Silas, also all das weckt ganz interessante Emotionen von Sachen, wo ich mal so reingeguckt habe, aber wo ich nicht mehr so hundertprozentig die Erinnerungen dran habe, weil ich da einfach noch zu klein war, um mir sowas dann auch zu merken, aber natürlich hat man es mitgenommen, weil wir hatten ja nichts, war ja alles kaputt nach dem Krieg. Wie war es bei dir, Andi Süd? Die Weihnachtsserien sind mir sehr präsent. Das, was heute als Eventserie so gefeiert wird, ist das, was in den 80er Jahren in der ZDF-Weihnachtsserie schon längst passiert ist. Es waren auch immer nur so, weiß ich nicht, sechs Folgen, vier Folgen oder irgendwie sowas. Egal. Ja, üps, wie du schon gesagt hast, war auch ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Zum großen Teil wegen der Comics, die da drin waren. Gespenster GmbH war ein Favorit von mir. Aber ich habe es jetzt auch nicht immer gelesen. Es hing schon auch so ein bisschen damit zusammen, welches Gimmick irgendwie gerade drin ist. Ich mochte immer so diese Detektivsachen. Alles, was irgendwie so Detektivausweis und so, ja, so wie das Periskop, das du schon beschrieben hast und sowas. Ja, also, aber das war eben auch wirklich so ein Kindheitsding, also diese Neuauflagen. Es gab ja vor einigen Jahren schon mal eine Neuauflage und jetzt diese wieder, die ja wirklich, wie du es beschrieben hast, wirklich einfach so ein Retro-Ding ist, so ein Nostalgie-Ding. Wir zelebrieren nochmal so unsere Kindheit. Ist kein Konzept, das mich anspricht. Also dafür brauche ich jetzt kein kein regelmäßiges Heft, wie oft auch immer das rauskommen mag, ob das jetzt monatlich, quartalsmäßig oder vielleicht auch überhaupt keine zweite Ausgabe davon rauskommt. Also so weit geht meine Nostalgie dann nicht. Aber so in meiner Kindheit war UPS auf jeden Fall ein wichtiges Ding für mich, auch ja, um mich mit Comics zu versorgen. Wir hatten ja über das, über das, über den Zack-Nachdruck gesprochen und ich glaube, das hier ist tatsächlich eher was, was ich längere Zeit durchsetzen konnte, eben weil es so viele Kindheitserinnerungen dann halt auch bringt. Dass so ein Zack-Heft mit nur Comics ohne so einen ja hauptsächlich redaktionellen Teil bringt, kann ich mir schlecht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es sind nicht nur die klassischen Sachen drin, als wäre es easy zu sagen, ja He-Man, Star Wars und David Hasselhoff, weil das sind Sachen, die sind heute ja noch mit präsent in irgendeiner Art und Weise. Aber sie haben natürlich auch manchmal Sachen drin, so wie die drei Damen von Grill. Ja, also eine Serie über einfach, wie der Name schon sagt, drei Damen, die halt einen Grillimbiss haben oder auf Achse eine Serie, wo es um Fernfahrer ging, die durch Europa fahren und wo es sehr, sehr viele Unfälle nachträglich betrachtet gab. Also solche Sachen sind auch drin, die ja nicht nur über einen amerikanischen Retro-Faktor verfügen, der ja oft aufs Amilamt auch so ein bisschen rüberschwappt zu uns, sondern einfach Sachen, die es dann tatsächlich auch nur hier gab. Ich meine, Ilja Richter mit Disco, also das ist tatsächlich dann nur ein deutsches Phänomen und auch solche Sachen werden zumindest mal angerissen halt. Also sie werfen da ganz, ganz viel rein und ja, es wäre cool, wenn sie da in den nächsten Heften vielleicht ja, noch ein paar Schwerpunkte setzen würden oder sowas halt. John Sinclair ist hier mit drin und so, also es ist wirklich drei Fragezeichen, da kann man sicherlich einiges machen. Also ein Rat zu den Sachen. Ja, ja gut, das ist, es gab es halt wo es damals natürlich auch erschienen ist, ist klar, aber ja, ja, das stimmt, alte Panini Alben sind drin von der Euro 88 und solche Sachen. Wer sowas hatte, wird das alles wieder, alte Brettspiele, Frank Elstner, ja, also es entführt einen so ein bisschen zurück und für das, was es will, finde ich es ganz gut. Tatsächlich bräuchte ich die Comics nicht in so einem großen Umfang, aber natürlich, wenn man sagt, man will üps sein, da gab es ja viele, die das wirklich auch sehr gut fanden, weiß ich noch, da müssen die natürlich auch mit drin sein, aber ich könnte mir das auch tatsächlich für mich persönlich ohne die Comics vorstellen. Was noch erwähnenswert ist, Wie hoch ist denn der Comicanteil? Ja, es ist, hinten raus wird es tatsächlich sehr viel Prinz Eisenherz, was natürlich interessant ist, weil die ja immer in so einem wöchentlichen Tonus erschienen sind. Ich würde sagen, Hälfte bis ein Drittel so ungefähr. Ja, es sind tatsächlich auch Nachdrucke, es sind keine neu angefertigten Sachen, was ich persönlich ganz gut finde. Also zum Beispiel die reine Üps und Co. Comics-Seite, das ist ein Nachdruck aus Üps extra 3, Üps extra war ja so ein Edel-Üps, wo dann immer besonders aufwendige Gimmicks drin waren. Und ja, das finde ich ganz gut, dass man da wirklich die alten Sachen genommen hat, auch in der Koloration, die damals war, die natürlich heute auf dem Papier ja auch ein bisschen anders wirkt, muss ich sagen. Also da, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen, ein bisschen weg von dem ganz billigen Papier, wie das es das Üps halt hatte. Aber insgesamt finde ich das, man muss ja jetzt halt auch sagen, 7,99 Euro, dafür ist es wirklich gelungen. Und hey, ihr habt noch gar nicht gefragt, was für ein Gimmick dabei war. Da haben sie auch einen alten Klassiker genommen und zwar den Solarzeppelin. Was ist der Solarzeppelin? Stellt euch einen gelben Sack vor, der 3 Meter lang ist und komplett schwarz. Und wenn du da ein bisschen Luft reinbringst und den hinten zuknotest und dann seinbindest, dann kannst du das Ding durch die Solarkraft, weil die heiße Luft wird ja dann warm, kannst du das Ding dann steigen lassen. Und natürlich habe ich das noch vor, leider hat es jetzt dauernd erbärmlich geregnet jetzt die ganze Zeit, wo es so heiß war, da hatte ich das nicht und jetzt regnet es die ganze Zeit, aber ich habe mir vorgenommen, das dieses Jahr auf jeden Fall noch zu machen. Folgt uns auf Social Media auf Social Media, dann werdet ihr gnadenlos die Bilder davon sehen, wie ich mit meinen Kindern den Solarzeppelin steigen lasse. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. das Ding die Comic-Cookies-Logo drauf gedrückt, dass die ganze Nachbarschaft dann den Zeppelin der Comic-Cookies irgendwie am Himmel sehen kann. Steht da irgendwas drin, was das für einen Veröffentlichungsturnus haben will? Ist mir jetzt nicht in Erinnerung, da irgendwas gelesen zu haben. Gut, vielleicht legen sie sich auch nicht fest, weil sie wissen, dass es ein riskantes Unternehmen ist. Ja, also es gab ja schon zwei Neuauflagen, die nach einer gewissen Zeit eingestellt wurden. Da muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also ich drücke die Daumen. Braucht man das? Nee. Kann man das gern haben, um so ein bisschen wieder zurückzukommen und zu sagen, ja, war schon irgendwie cool alles? Ja, dafür kann man es auf jeden Fall nehmen. Wir haben sogar Leserbeteiligung jetzt, beziehungsweise Hörerbeteiligung. In diesem Fall muss ich nicht HörerInnenbeteiligung sagen, weil es tatsächlich ein Hörer, ich hatte vorhin das Cover nämlich auf Twitter gepostet und da schreibt Norbert, ich habe in dieses Y-Nostalgie-Heft schon hineingeguckt, muss sagen, über Drei Engel für Charlie, Colt Sievers und sogar über Ilja Richter, Disco, würde ich mir eine ganze Podcast-Staffel anhören. Aber nicht über den Zauberwürfel, Rudi Carell, Wilm Tölke oder Drei Damen vom Grill. Ja, also, falls jemand da draußen ist, der sehr viel 80er-Content einfach droppen kann, macht das, ihr habt zumindest schon einen Hörer, ne, und, also ich glaube, aber dafür muss man wirklich, muss man wirklich dabei gewesen sein, das kann man sich nicht erarbeiten. Nicht dabei gewesen sind Patrick und der andere Andi, also vom Andi wissen wir schon, dass der jetzt nicht das große Interesse an dieser neuen Y-Ausgabe hatte, ich glaube, der Patrick auch nicht. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, schießt los, aber ich glaube, ihr seid da beide relativ leidenschaftslos. Ich bin aus dem selben Jahrgang wie die Duffer Brothers, also 1986, ich kenne die 80er quasi auch nur aus Geschichten, liegt da quasi richtig. Mich würde mal interessieren, wo der Unterschied zu den anderen Reboots ist, also der Breedstorm hat es ja erwähnt, dass es die Yps-Hefte in den letzten Jahren immer mal wieder neu gab und jetzt halt mal wieder wieder Neustart, ob es irgendeinen inhaltlichen Unterschied gab. Hast du die alten, also die anderen Yps-Reboots mal in der Hand gehabt, Breedstorm, und kannst da Vergleiche ziehen? Ja, also hatten wir auch, hatte ich glaube ich sogar auch im Podcast vorgestellt, also es war komplett ein ähnliches Konzept. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es erst mal noch so ein bisschen wir zeigen mal alles ist, also das ist wirklich, man sieht ja die Collage auf den Cover, da haben sie wirklich massiv 70er und 80er Vibes, dass auch jeder damit was anfangen kann. Das wird zum Beispiel das Zack nicht geschafft haben, weil das einfach eine zu kleine Zielgruppe ist, weil das in den 70ern die Comics gekauft zu haben, da bist du dann bei einer Differenz von wahrscheinlich so 10 Jahren, wo die Leute das gelesen haben konnten, ernsthaft in den 70ern, um die Comics zu kennen, die sie da wieder veröffentlicht haben und hier sind sie wirklich von Ilja Richter, was ja wirklich krass 70er ist, bis dann wirklich Alf, was dann Ende der 80er auch so aufgelebt ist und da so, also sie versuchen da schon damit so alles mit reinzunehmen und das gelingt eigentlich ganz gut. Okay, ich denke, das Üps können wir damit abschließen. Ich bin gespannt, was an weiteren Ausgaben kommt. Vielleicht wird uns der Breedstorm da auf dem Laufenden halten, falls er was mitbekommt, aber dann lasst uns mal zu was kommen, was komplett Comic ist, vermute ich. Ich glaube, jetzt gibt es nur noch ganze Comics. Andi, schieß los mit deinem Ersten. Dann wollen wir uns mit was beschäftigen, wo man, und andere tun das auch, zwei, drei, vier, fünf Stunden drüber sprechen könnte. Das ist die von mir bereits erwähnte Green Lantern, Green Arrow Collection von wirklich, also Künstlern, die im Comic, vor allem im Superhelden-Universum ihresgleichen suchen. Die Rede ist zum einen von Dennis O'Neill und Neil Adams, die hier in Zusammenarbeit sich mit diesen beiden, ja wirklich wahnsinnig wichtigen DC-Figuren beschäftigt haben und zwar in einem Crossover. Das Ganze wird oft und so heißt es auch bei den meisten Publikationen, die es zu dieser Verbindung zu diesem Crossover gibt, als Hard Travelling Heroes bezeichnet. Das ist letztlich im Grunde nach auch der Titel und da gibt es verschiedene Ausgaben von, verschiedene Umfänge dieser Ausgaben. Mir liegt jetzt hier diese Version vor, die irgendwann für ich glaube 129 D-Mark mal von Panini Comics veröffentlicht worden ist und das ist glaube ich die umfangreichste auf Deutsch erhältliche Version dieser Story, in der wir verschiedene Hefte aus eben Green Lantern und Green Arrow abgedruckt haben und das Ganze ist was, da kann man ganz viel zu sagen und ich möchte an der Stelle auch darauf hinweisen, dass das Ganze wie gesagt länger gehen könnte. Ich möchte wirklich sehr empfehlen, sich dann auch mal das Video anzugucken, das ComicsInn, ein YouTuber zusammen mit seinem Kumpel Comics mit X am Ende gemacht hat. Die gehen da wirklich sehr ins Detail, auch was die Handlung betrifft und stellen verschiedene geschichtliche Zusammenhänge her. Das Video möchte ich wirklich empfehlen für Details zur Story und zur eben auch popkulturellen Anspielung. Das werde ich jetzt hier nur punktuell machen können. aber das Ganze ist ein Comic, den man grundsätzlich zunächst einmal als Kind seiner Zeit sehen muss. Das ganze Ding kam Anfang der 70er Jahre raus und ist natürlich vor allem für ein US-amerikanisches Publikum gedruckt worden zur damaligen Zeit und thematisiert im Grunde nach zumindest die Missstände, vor allem die sozialen Missstände, die es in den Vereinigten Staaten damals gab und genau genommen auch bis heute gibt und die es aber eigentlich auch international gibt zumindest in der ich sag mal westlichen Welt und das ist so ein Comic, in dem steckt auch eine Menge drin, das sind wie gesagt eine Menge Hefte, die Figuren treffen aufeinander, wir gehen gleich auf einzelne Details ein, Dinge, die mir gefallen und nicht gefallen haben, aber das ist zum Beispiel auch so ein Comic, in dem auch einfach wichtige Dinge passiert sind. Hier hat beispielsweise in dieser Collection hier auch der Jon Stewart, einer der bekanntesten, weil er in der DC Justice League Animated Series eine große Rolle spielt, Green Lanterns, die es noch so gab, ja, also die Person of Color, die dann später eben eine Green Lantern wird, die hat hier einen ersten, das ist die Key Issue, wie man so schön sagt, also sie hat hier einen ersten Auftritt oder hier ist zum Beispiel auch diese Geschichte von Red Arrow, der damals aber glaube ich noch Speedy heißt und wie der halt Drogen nimmt und was das so für Folgen hatte und so, was ja auch sich mehr oder weniger bis heute in die DC Comics reinzieht. Also solche Momente wirklich solche entscheidenden für die DC-Geschichte, wichtigen Momente tauchen hier auch auf, aber das möchte ich jetzt hier gar nicht so weit thematisieren. Das Ganze beginnt und da fängt es häufig an, wenn man über diese Reihe spricht, mit einer Geschichte, in der Green Lantern, unser Superheld aus, der vor allem intergalaktische Abenteuer erlebt, er hat so einen grünen Energiering, für die Leute, die ihn noch nicht kennen sollten, er kann nicht nur fliegen, nein, er kann mit seinem Energiering nicht nur auch Strahlen abschießen, wie so irgendwie Laserstrahlen, sondern er kann damit Gebilde erschaffen. Wenn er sich also vorstellt, okay, ich möchte jetzt hier einen großen schwingenden Hammer haben, dann kann er einen großen schwingenden Hammer aus grüner Energie erzeugen und dann mit dem Hammer halt so rumschwingen. Oder wenn drei, vier Leute irgendwie in die Lüfte geheben werden müssen, dann kann er so eine Plattform machen, wo man sich festhalten kann, dann können alle halt hochfliegen und so. Also egal, was er sich vorstellt, er kann das mit seiner grünen Ringenergie, mit seiner bloßen Willenskraft erzeugen. Das Ganze wird im Laufe seiner ganzen Geschichte, die viele Jahre später folgt, noch viel komplexer, aber hier haben wir eine Version Green Lantern, der Protagonist heißt Hale Jordan, die noch sehr von sich selbst überzeugt ist und er ist vor allem eine Figur, die man zum damaligen Zeitpunkt vor allem für ihre interstellaren, intergalaktischen Abenteuer im Weltraum kannte. Und es gibt so eine Kick-Off-Geschichte hier, die ist eigentlich, glaube ich, Prolog oder Epilog zu was anderem gewesen, aber letztlich verteidigt er hier einen weißen Mann vor einem Angriff von einer Person of Color und diese Person of Color scheint zunächst so eine Art der Böse zu sein und wird von Green Lantern mit seinem Energiestrahl ab in den Knast geschickt. Recht schnell kommt aber raus, nämlich spätestens als Green Arrow die Szenerie betritt, dass die Situation vielleicht doch nicht so eindeutig war, wie sie zunächst scheint. Denn es wird klar, dass der Green Lantern, der gerne auch mal als Polizist, es wird dieser Green Lantern Korps und die werden gerne mal so als Polizisten des Weltraums bezeichnet, dass der damals schon dieselben Probleme hatte, wie die US-Polizei bis heute hat. Dass man ihnen nämlich nachsagt, es wäre vor allem, wären es Beschützer der weißen Personen. Kurzum, in diesem Prolog geht es darum, dass diese Person of Color, die halt wegschickt, eigentlich nur das Haus verteidigt hat gegenüber einem Vermieter, einem Vermieter eben dieser weißen Person, die die Leute in diesem Haus, das er vermietet, zu unwürdigsten Bedingungen in diesem Haus hält. Das ist wirklich die, wenn man so will, Unterschicht, die Leute haben ganz wenig Geld, können aus diesem Haus gar nicht so raus und er verlangt ihnen hohe Mieten ab, ohne dass er sich um das Haus kümmert. In dem Haus wohnen wirklich ärmste Leute und diese Person, die er jetzt gerade in den Knast geschickt hat, ist aber eigentlich die einzige Person, die eine arme, alte Lady, die dort noch in diesem Haus wohnt, letztlich noch über hat, die sich um sie kümmert und jetzt gibt es keinen mehr, der sich um diese arme, alte Lady kümmert. Das sorgt dafür, dass unsere beiden Superhelden ein Gespräch führen mit einem älteren Herren und dieser ältere Herr, der öffnet Hal Jordan Green Lantern so ein bisschen die Augen. Er sagt ihm hier, da möchte ich gern vorlesen, hab von dir gelesen, dass du für Blauhäuter arbeitest, wie du auf so einem Planeten Orangehäutern geholfen hast und auch für die Lila Häuter hast du viel getan, nur eine Hautfarbe kümmert dich nicht, die Dunkelhäuter. Sag mir, warum. Und diesen Fragen, diesen Ansatz, der wird hier gewählt, um halt diesen Kick-Off für diese wirklich 360 Seiten umfassende Gesamthandlung zu haben, wo sich halt Hal Jordan ein bisschen hinterfragt. Und ich möchte jetzt hier viele Punkte mal zusammenfassen, das Ganze geht darauf hinaus, dass wir einen Roadtrip erleben. Hal Jordan zusammen mit Green Arrow begibt sich auf eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika und dabei werden ganz viele Issues, also Hefte präsentiert mit Superheldengeschichten im klassischsten Sinne. Es ist so ein bisschen auch episodenhaft und im Kernthema einer jeden Episode steht immer irgendein damals zumindest und irgendwie auch heute aktuelles politisches Thema. Das ist da mal Umweltverschmutzung, das ist natürlich Rassismus, das ist generell das Gerechtigkeitsempfinden der US-Bürger, also zum Beispiel das Ausnutzen von Mitarbeitern und durch einen, durch einen, ich glaube, Gewerkschaftsboss oder zumindest generell deren Boss oder auch, wie ist die Frage der Indigenenbevölkerung, also der Indianern, das darf man glaube ich wieder sagen, Indianer, also das ist ja auch ein großes Thema in den Staaten. Das Rechtssystem wird in verschiedenen Storys auch so ein bisschen thematisiert und viele, viele, viele weitere allgemeine sozialkritische Themen werden hier in dieser wirklich langanhaltenden Reihe zum Thema gemacht. Währenddessen in den ersten Ausgaben, das noch relativ deutlich und klar ist, nämlich dass wir halt diese Reise haben von unseren Protagonisten, die werden dann irgendwann auch begleitet von einem der Wächter, von Oa, also wenn man so will, dem, einer der Bosse des Green Lantern Corps, der in Menschengestalt diese beiden auf ihrer Reise durch die Staaten begleitet, um die Menschheit besser kennenzulernen, also der ist teilweise dabei und kennt die Menschheit und ihre Gebräuche und ihre Geflogenheiten und vor allem auch ihre negativen Aspekte noch gar nicht so gut. Der ist mit dabei, aber wir haben auch dann Auftritte von zum Beispiel Black Canary, von der man ja weiß, dass sie ganz grundsätzlich so ein bisschen so dieses Love Interest auch von Oliver Queen ist, also von Green Arrow und das ist alles ganz schön viel, was uns hier präsentiert wird und auch wirklich durch und durch, und das muss man so sehen, ein Kind seiner Zeit ist, denn das sind alles Themen, die auch auf eine Art und Weise präsentiert werden, wie sie ganz sicher in den Staaten Anfang der 70er ultra präsent gewesen sein müssen. Wir wollen das mal kurz ein bisschen einordnen. Das ist ein Land, das war eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg immer in irgendwelchen Kriegen, gerade zum damaligen Zeitpunkt. Das ist eine Welt, eine Gesellschaft, die ist geprägt dadurch, dass eigentlich alle Männer, zumindest die meisten Männer, die im Krieg gewesen sind und das überlebt haben, in irgendeiner Form mit Traumata nach Hause gekehrt sind. Das ist eine Welt, die auch wirtschaftlich, eine Gesellschaft, die wirtschaftlich wieder geschwächt ist. Nachdem es da zeitweise diesen Aufschwung gab, ist der hier Anfang der 70er weitestgehend weg. Die Leute leben teilweise zumindest unter ärmlichen Bedingungen. Es gibt eben diese Ausnutzung von der unteren Schicht, sagen wir mal. Es werden generell Minderheiten, insbesondere hier die People of Color, durch und durch rassistisch behandelt. Die leben unter Bedingungen, die sind ganz krass und das ist ja heute auch mit ganz aktuell wieder mit Black Lives Matter bis heute auch ein Thema, das eigentlich nicht an Bedeutung verloren hat. Hier ist auch das große Thema, Feminismus spielt hier eine Rolle, wenn dann eine Geschichte, die man zumindest feministisch interpretieren kann, gezeigt wird, in der wir halt sehen, wie Black Canary halt hier irgendeine Story erlebt. All das wird hier von, ja, Neil Adams und auch von Dennis O'Neill präsentiert und das muss zur damaligen Zeit, als es rauskam, absolut der Augenöffner gewesen sein, weil sie hier Themen angehen, die, ich möchte fast sagen, erwachsen sind und das Ganze auch auf eine Art und Weise machen, die damalige Lesende vermutlich nicht gewohnt waren. Denn Stories, wir kennen sie vielleicht aus den 60ern und 70ern und das stört mich häufig auch am Lesefluss, sind sehr oft sehr plakativ, sehr stumpf. Es gibt einen Bösewicht, der macht irgendwas Böses und deswegen muss der jetzt bekämpft werden und das ist die Story. Und so ganz so einfach ist es hier dann nicht. Das Ganze, weil es letztlich aber auch so eine Art Premiere war, möchte ich mal in weitem Sinne sagen, beziehungsweise die Erfahrung in diesem Bereich, erwachsene Geschichten zu erzählen, vielleicht damals in der US-Superhelden-Comic- Industrie noch nicht so ausgeprägt waren, das ist teilweise ein bisschen unrund. Also Oliver Green ist zum Beispiel weiterhin durch und durch, also Green Arrow, der ist absoluter Sexist. Also jedes Mal, wenn der mit seiner, ich weiß nicht, also mit Black Canary spricht, das ist, der reduziert sie teilweise einfach nur für Äußeres und zwar sehr konkret und das ist halt einfach, ist halt so. Eine kleine Charakterdarstellung, aber es ist teilweise eben auch einfach äußerst unrund geschrieben. Ich kann mich an eine Szene erinnern, innerhalb von zwei Sprechblasen sind unsere beiden Protagonisten, die es eigentlich gut verstehen und der eine, ich glaube es war Green Arrow, Green Lantern sagt dann irgendwas. Ne Quatsch, Green Arrow sagt irgendwas, irgendwas völlig irrelevantes, was auch eigentlich hätte gar nicht verstehen müssen, weil man es als Leser in den Pendels eh schon erkannt hat. Daraufhin sagt dann Green Lantern, ach, wenn du mich so von oben herab behandelst, dann möchte ich hier aber nicht mehr mit dir reden und dann drehen sich beide um und gehen in einem Streit. Also so ganz kurz und knapp und merkwürdig erzählt, innerhalb von wirklich, also nicht mal zwei Panels, sondern zweieinhalb Sprechblasen ist von einer Situation, okay, wir stehen jetzt hier und unterhalten uns hinzu, okay, wir haben jetzt Streit und das ist jetzt der Aufhänger für unser Heft. Das passiert hier eben auch. Also es ist eine Art von Erzählung, die also alles andere als zeitgemäß ist und das dem Comic jetzt vorzuwerfen, weiß nicht, das fände ich falsch, weil es wie gesagt ein Comic seiner Zeit ist. Das Ding steckt voller Anspielungen auf damalige aktuelle popkulturelle Geschehnisse und da ist zum Beispiel eine Geschichte, da kriegt dann Green, jetzt muss ich jetzt hier mal konkret sagen, wer das war, ja, da kriegt dann Green Arrow irgendwie einen Schlag auf den Kopf. Sie sind auf einem Planeten, auf diesem Planeten gibt es einen, also so eine Art Gerichtsplanet und auf diesem Gerichtsplanet wird jetzt hier Urteil gesprochen über den Wächter. Der Wächter hat sich nämlich irgendwas erlaubt, auf das ich nicht weiter eingehen muss. Sie sind auf jeden Fall auf diesem Gerichtsplanet und ihr merkt schon, es spielt nicht alles nur auf der Erde, es wird auch teilweise sehr wieder interstellar und galaktisch, warum auch immer. Und dort kriegt er einen Schlag auf den Kopf und plötzlich kommt da der Green Arrow, also der Hal Jordan und fragt ihn, nun frage ich, bist du okay? Und dann sagt Green Arrow, außer dass mein Kopf dröhnt wie die Basstrommel von Led Zeppelin, prima. Und sowas ist da immer mal drin, ja, dass in einem Halbsatz oder irgendwie Schauspieler genannt werden oder Schauspielerinnen und halt eben Bands und so. Klar kennt man Led Zeppelin, aber wie jetzt die Basstrommel, die man heute auch eher als Bassdrum übersetzen würde, vermutlich, das steckt halt drin. Generell das Thema Übersetzung, wo ich es gerade angeschnitten hatte, es gibt ein weiteres Beispiel, der sagt, da fällt der Satz, da hast du dir aber eine Menge Tipp verdient. Also wer Englisch kann, weiß, dass Tipp Trinkgeld ist und das hätte ich hier an der Stelle des Übersetzenden auf jeden Fall auch geschrieben. Hier und da wirkt es vielleicht auch so unrund, weil es nicht absolut sauber übersetzt ist in der Version, die ich hier habe, die halt auch schon echt auch so ein paar Jahre auf dem Buckel hat. In und wieder habe ich tatsächlich auch Probleme gehabt, die Reihenfolge der Sprechblasen auszumachen. Mir war nicht immer so klar. Okay, wo fange ich denn jetzt an? Das ist einfach nicht so ganz so, so wie ich es gewohnt bin zumindest. Und das sind Sachen, die fallen mir halt auf. Ja, und ich hatte es auch schon erwähnt. Wie gesagt, der Roadtrip durch die Staaten, der ist nicht ganze Zeit nur durch die Staaten. Der ist letztlich auch, wie gesagt, auf anderen Planeten, wo dann auch mal so ein Thema wie Überbevölkerung auf einem anderen Planeten angesprochen wird. Und die Erklärung dafür, die ist dann auch echt ein bisschen, also die Auflösung der Istio, die hat mir auch gar nicht gefallen. Aber was sich zumindest als Kernthema oder als roter Faden durchzieht, ist, dass es immer irgendwie dieses sozialkritische Thema gibt, pro Ausgabe, pro Heft. Das wird dann in irgendeiner Form teilweise sehr absurd und eben ja mit einer gewissen Comic-Logik auch präsentiert. Und am Ende ist es wieder so, wie es am Anfang war. Obwohl die ja eigentlich auf einer Reise sind. Es gibt eine Handvoll Veränderungen, also gerade charakterlich entwickeln sich beide Figuren hier schon sehr. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und dann wirklich auch nochmal auf dieses Video hinweisen, das ich zu Beginn genannt hatte. Aber unsere Figuren machen eine Wandlung durch. Es ist nicht mehr so ganz so einfach zu lesen. Die 360 Seiten muss man erstmal durcharbeiten. Aber und das ist glaube ich der große Punkt hier, der diesen Comic dann insgesamt trotzdem zu einem, ja nicht nur Kind seiner Zeit, sondern ich sage es einfach mal direkt, schon irgendwie auch zu einem Meisterwerk macht. Das ist ganz klar, sind es die Zeichnungen von Neil Adams. Was Neil Adams, der meines Wissens vor kurzem leider verstorben ist, hier präsentiert, ist schon, ist er wirklich fantastisch. Ich habe von ihm schon mal andere Sachen gelesen. Ich erinnere mich immer wieder ungern an Batman Odyssey zum Beispiel und das war wirklich so mit das Negativste, das Schlechteste, was ich bei DC seit weitem gelesen habe, ist das hier aus optischer Sicht ganz oft sehr herausragend. Es ist so detailverliebt, es hat eine so tolle Dynamik. Es hat, was Körperhaltung und Gesten angeht, was Bewegungen angeht. So, wenn jemand zu einem Schlag ausholt und hat gerade ausholt und hat schon getroffen, dann steht diese Person natürlich anders da als jemand, der gerade stoisch und Superheldenpose machen möchte. Und das wirkt so oft so gut. Es ist sehr, es ist sehr filmisch, cineastisch fast schon erzählt, aber es gibt auch mal so Bilder und die sind, wenn man das mal googelt, recht auch schnell zu finden. Die sind, die sind einfach schön. Da ist dann mal unser Hal Jordan, man sieht so seinen Kopf, er guckt irgendwie böse oder keine Ahnung und dann ist er so, ist sein Körper aber geteilt durch Lichtstrahlen und der mittlere Teil, der von seinem Körper, der abgetrennt ist, hat aber so eine Space, also eine Space-Optik und so. Und das ist einfach nur eines von vielen Beispielen für ganz, ganz tolle Panels, die sich eben auch in dieser Reihe verstecken, die wirklich letztlich der Grund ist, das Ding hier vor allem zu kaufen. Wenn man sich auf Wikipedia Zusammenfassung durchliest, weiß man exakt alles, was man hier inhaltlich wissen muss. Deswegen will ich da auch nicht zu viel drauf eingehen, weil einzelne Handlungsbögen wirklich super irrelevant sind. Aber optisch ist es ganz toll und deswegen ist das, denke ich, hier eine Erwähnung wert. Das Ding hat sich leider, meines Wissens, insgesamt in den Staaten damals nicht so gut verkauft. Das war eines der Crossover, die trotz ihrer, ich sag mal, was war das gewesen, zwölf, vielleicht 15 Issues, die es gab, nicht so prall lief. Das Ganze wurde dann eingestellt. Es gab dann, glaube ich, noch eine Fortführung mit Flash und Green Arrow war es, glaube ich. Und es gibt auch noch eine Fortführung namens Hard Travelling Heroes New Generation. Da ist dann, glaube ich, der Sohn von Oliver Queen und wer ist da noch dabei? Aber ich glaube, Kyle Rayner, die haben das dann irgendwie noch fortgeführt. Aber diese Geschichte hier in der Form ist dann auch, ist auch okay, dass sie dann vorbei war. Ja, und das ist wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Abriss zu Hard Travelling Heroes, einem der großen DC Comics und DC Serienreihen, wenn man so will. Crossover viel eher. Und die wollte ich hier in meinem Ansatz eben Comics vorzustellen, die man unbedingt gelesen haben muss und ich auch noch nicht gelesen habe, aber sie stehen in meinem Regal. Deswegen will ich das hier mal vorstellen. In dieser Reihe möchte ich es gerne mal besprochen haben. Jo, ist eine große Serie. Patrick, hast du die auch mal gelesen? Ich habe die Auszugsweise gelesen. Ich kenne in etwa auch den Inhalt. Man muss wirklich sagen, das ist ein Kind seiner Zeit und man hatte da gerade die Comic Code Authority überwunden. Und dann war es erfrischend, dass auf einmal Heroinkonsum beziehungsweise die negativen Folgen thematisiert wurden und man das dadurch auf so eine Art Street Level Heroes quasi auch ausgeweitet hat und das Ganze nicht mehr so geleckt war. Gerade unter Neil Adams waren diese Figuren nicht nur so Testosteronbalken, sondern sie hatten was Drahtiges an sich. Also die haben gefühlt deutlich mehr realistische Proportionen bekommen, mal von Black Canary abgesehen, die natürlich extrem sexistisch dargestellt wurde. Aber an sich macht das Spaß und an sich war das wichtig für die Entwicklung von DC und auch für die Comic-Geschichte, damit man da sowas raus, Dreckiges auch in das DC-Universum bringen kann, finde ich. Ja. Das war also dieser erste Ansatz. Ich denke, das ist, wenn man davon spricht, dass Superhelden-Comics erwachsen geworden sind. Dann wird ja ganz oft natürlich Watchmen erwähnt und dann wird auch ganz oft The Dark Knight erwähnt. Das sind Comics, die alle in diese Reihe gehören und also ganz ehrlich, Car-Traveling Heroes erreicht zu keinem Zeitpunkt die vor allem erzählerische Qualität der genannten Comics. Ist einfach so. Das ist eine Reihe, die hat viele gute Absichten und die tappen halt noch so ein bisschen im Dunkeln. Also der O'Neill, der dann, wahrscheinlich sind beide gleichberechtigt am Produktionsprozess beteiligt gewesen, weiß ich nicht so genau, aber beide tappen so ein bisschen im Dunkeln darin, wie man denn jetzt vernünftig so Geschichten erwachsen und modern und zeitgemäß erzählt. Und ja, deswegen funktioniert es nicht immer so ganz rund, aber es ist definitiv ein Schritt, wenn man so will, der Pubertät der Superhelden-Comics. Ich finde auch die moralischen Botschaften, die hätten teilweise was von der G.I. Joe-Episode, so wie die da teilweise damit umgegangen sind und so aufs Auge gedrückt. Das war nicht gerade subtil. Andi Breedstorm, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr das gelesen? Interessiert euch das? Ist ja schon auch so ein Meilenstein, ne? Ja, also ich hab das schon gelesen, als ich bei den Superhelden wieder eingestiegen bin. War das nämlich auch Thema, was sollte man unbedingt gelesen haben? Und Hard Traveling Heroes wurde da genannt. Da hab ich mir das damals US-Hardcover gekauft. Und ich fand's richtig gut, weil ich mit solchen Comics auch da schon aufgewachsen war. Ich hab sehr viel E-Hapa-Sachen gelesen und dann erkennst du diesen Zeichenstil einfach auch wieder, den du dann schon viele, viele Male in irgendwelchen Heften oder Superbänden dann gesehen hast. Ich weiß zum Beispiel Dennis O'Neill, der zehnte Batman-Superband mit Tochter des Dämons, wo er gegen Ras Al Ghul kämpft, wo er mit Thalia im Zelt verschwindet. Also wenn du das so als, keine Ahnung, 8, 9, 10-Jähriger gelesen hast, das war einfach fantastisch. Deswegen hab ich da ein ganz großes Herz dafür, für diese Art auch des Erzählens, weil ich denk mir immer, ja, was war da die Zielgruppe? Also die Zielgruppe war halt genau das Alter, was ich eben beschrieben hab. Jungs, die ja schon ein bisschen gelesen haben, aber die vielleicht noch nicht ganz in der Pubertät sind und dafür ist es einfach auch fantastisch und die haben das ja auch als Heft vor allem konsumiert, nicht so en bloc, wie wir das heute jetzt auch können und dafür fand ich es wirklich seinerzeit fantastisch, weil ich das einfach Dennis O'Neill so sehr mag und diese Art des Erzählens und auch die Figuren waren für mich halt, ja, wenn du halt in den 80ern da warst, das war schon was Besonderes, wenn du dann was von Green Arrow hattest oder Green Lantern, weil Batman, Superman waren schon immer sehr präsent und ich fand gerade immer die Sachen, die man so seltener sich unter den Nagel reißen konnte in den 80ern, die fand ich natürlich immer sehr interessant und da gehörten die beiden zweifellos dazu. Also ich habe auch davon gelesen, vielleicht genau aus den Kontexten, die ihr beschrieben habt, also aus der Comic-Historie und eines der wichtigen Geschichten im amerikanischen Superhelden-Comic und erwachsen werden bla bla bla, aber ich habe es selber nicht gelesen, also ich kenne es bisher auch nur Secondhand beziehungsweise peripher. Ja, das ist auch so eine Wertanlage, das ist der wertvollste finanziell, glaube ich, Comic, den ich hier stehen habe. Und ich glaube, ich werde ihn verkaufen. Als Fazit. Das ist ein Aufruf an die Hörenden. Ach, ich sage mal so, kann sein, dass ich gerade eine Menge Zeug auf einer Online-Auktionsplattform eingestellt habe. Könnte sein, aber wenn ihr das hört, ist das alles durch. Insofern ist egal. Ach, übrigens, wollen wir gerade von Green Lantern sprechen und nicht in der letzten Folge was thematisiert habe, ich möchte noch eine Richtigstellung machen. Wir haben in der letzten Ausgabe ja einen Zusammenhang mit dem Three Jokers, der Three Jokers-Mini-Reihe, auch über Jeff Jones gesprochen und ich habe da was in den falschen Hals gekriegt und dann auch blöd formuliert und einfach falsch erzählt. Es geht um die Frage von Vorwürfen gegenüber Jeff Jones, dem Autoren von unter anderem auch dem Besten, was ich von Green Lantern je gelesen habe. Nämlich also seinem Run halt dort. Um die Vorwürfe, die gegen ihn deutlich wurden, da geht es nicht um sexuellen Missbrauch, zumindest soweit ich weiß. Er war zwar Teil auch der MeToo-Debatte, ohne dass es da, glaube ich, ins Detail ging, aber es geht explizit um Vorwürfe, die Ray Fisher, ein Schauspieler, der ja auch in dem Justice League-Film zu sehen ist, ihm gegenüber formuliert hat. Es geht da um rassistische Vorwürfe. Ich glaube, inzwischen ist es auch ein Stück weit wieder entkräftet. Ich kenne da keine Details, möchte aber nochmal klarstellen, um welche Form von Vorwürfen und was da quasi ein potenzieller Skandal sein könnte. Es geht nicht, dass es hier irgendwie ihr bei den Comic-Cookies irgendwas hört und dann, also wisst ihr Bescheid. Danke sehr. Wunderbar. Dann reisen wir weiter von den Hard-Traveling-Heroes zu was auch immer der Patrick als Erster vorstellt. Schieß los. Ja, also ich stelle jetzt als erstes Crossover vor von Donny Cates. Wurde auch gezeichnet von Geoff Shaw, die Cunny Fee und John J. Hill. Und diesen Comic hat er geschrieben, nachdem er zwei Nahtoderfahrungen hatte und er kam dann auf die Idee, er muss jetzt irgendwas schreiben, was sein elfjähriges Ich so bespaßt hätte, wie in der Zeit, als er die Superhelden entdeckt hat. Und raus kam da Crossover. Die Grundidee ist schon mal ziemlich interessant. Dafür muss ich eben leider ein bisschen weiter ausholen. Am Anfang von diesem Buch passiert es, dass die zwei Welten kollidieren. Also die Comic-Welt kollidiert mit der Menschenwelt. Und das sorgt dafür, dass einige Teile der Welt unbewohnbar werden. Über Colorado bauen sie sogar eine Kuppel, wo dann Helden eingesperrt sind und quasi nicht mehr raus können. Und einige andere Helden werden gefangen und in Lagern für Experimente von der Regierung benutzt. Und auch die anderen sind auf der Flucht. Die Helden erkennt man daran, dass die blass sind und so ein bisschen gepunktet sind. Und in dieser Phase ist es so, dass Comic-Leser und Maskenträger, die sind komplett geächtet. Also in dieser Dystopie haben wir wirklich einige fanatische religiöse Gruppierungen fast schon, die dafür sorgen, dass die Werte von Frederick Wertham, also den, der die Comic-Code Authority gegründet hat, quasi durchgesetzt sind. Der Comic fängt mit dem Zitat an, die Welt der Comics ist die Welt der Starken, der Gnadenlosen, der Blender, der durchtriebenen Betrüger, der Folterer und der Diebe. In Comics sind Leben ein Dreck wert. Es gibt keine Achtung vor dem menschlichen Leben. Frederick Wertham aus diesem Buch Seducation of the Innocent Dieses Sachbuch hat damals dafür gesorgt, dass massenhaft Comics verbrannt wurden und diese Comic-Code Authority gegründet werden musste. Und das war so ein Diegel. Das sind so die Comics, die quasi geprüften, da ist unbedenklicher Inhalt. Geschichten aus der Gruft, Superhellen Comics und alles Mögliche war quasi in Verruf geraten. Und jetzt setzt die Handlung quasi ein. Es wird auch mit dem Ende von Watchmen verglichen, was da am Anfang passiert, dieses Crossover, dieses Kollidieren der Welten. Also wir haben jetzt eine Hauptdarstellerin, die heißt Ellie, kurz von Ellipse. Die rennt den ganzen Comic über mit einem Invincible Shirt rum und sie findet ein Mädchen, ein Comic-Mädchen und sie will dieses Mädchen zu ihren Eltern in dieser verbotenen Zone in Colorado bringen. Das zusammen mit einem Menschen, der für die Regierung arbeitet beziehungsweise vor seinem kontrollsichtigen Vater flüchtet und mit diesen Regierungsbeamten, der zwielichtig ist, von dem sie die Absicht nicht ganz kennt, der vermutlich auch eine Kugel Kryptonit quasi hat für die Notfälle, mit dem versucht sie das Mädchen in die Zone zu bringen. Die Ideen, die hier abgefeuert werden, die sind sehr interessant, die Ausgangslage ist interessant und wir kriegen dadurch natürlich noch einige Comicstars als Cameos, unter anderem eine Person aus Black Hammer hat ja auch einen Cameo. Wer das ist, sage ich jetzt am besten noch nicht, aber man kann sich bei der Person eigentlich denken. Und ja, also ich hatte bei dem Comic ähnlich viel Spaß wie bei der ersten Ausgabe von Black Hammer, nur dass sich das anfühlt wie ein großer Pilot, also wie die Pilotfolge von einer Serie, die ich jetzt am liebsten am Stück durchsuchten würde. Ich finde das eben auch super interessant, da diese menschliche Komponente, also wir wissen über die Hauptdarstellerin auch noch nicht viel, sie entdeckt quasi parallel mit der kleinen Comic Figur die Hintergründe auch von sich. Also mich hat der Band neugierig gemacht, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten und dachte okay, das ist endlich mal wieder ein interessanter Superhelden-Comic, haben wir in letzter Zeit kaum was besprochen, deswegen ich vermute, wenn das in diesem Tempo weitergeht und wenn das ähnlich qualitativ gut bleibt, dann wird das noch eine richtig, richtig gute Reihe werden. Das ist meines Wissens ein Comic, der originär online erscheint, ist das richtig, weißt du was dazu? Ich hab da nichts von wegen Webcomic gelesen. Ah, okay, ich glaub, das ist, ich dachte, das ist so eine Substack oder so Veröffentlichung, es gibt ja diese Abo-Geschichten da und ich meinte, dass Crossover, aber vielleicht fraxel ich das auch, das kann gut sein, also inhaltlich fällt es jetzt nicht irgendwie auf, kapitelartig oder irgendwie sowas, dass das irgendwie, keine Ahnung, besonders gestaltet wäre, anscheinend offensichtlich nicht. Nee, das nicht und in diesem Band sind eben die ersten sechs Ausgaben, das ist quasi echt der Pilot und es macht auch Spaß, dann einige mehr oder weniger bekannte Helden oder Heldinnen da wieder zu finden und ich bin gespannt, was für Ideen, die hier noch auspacken werden. Ach ja, das war ja auch so eine Sache, also es gibt wirklich viele liebevolle Details, also man erfährt hier auch zum Beispiel, dass Comic Autoren wegen dieser religiös fanatischen Gruppen hier quasi umgebracht werden, wir haben zum Beispiel einen Bericht, dass jemand Brian K. Vaughn umgebracht hat und Robert Kirkman und Scott Snyder werden hier auch noch vermisst, also so weit geht dieser Fanatismus da schon. Breed, ist das ein Comic, der irgendwie schon bei dir vorbeigekommen ist? Hattest du das schon irgendwie auf dem Schirm? Nö, höre ich zum ersten Mal von. Andi, wie ist es bei dir? Definitiv, also ich weiß nicht genau, wie der Splitter Verlag das macht, aber ständig haben die irgendwelche Comics am Start, die in meiner Blase mega explodieren. Ich rede nicht nur von Black Hammer, da war auch keine Ahnung, dieses Mörderdingsbums, was sie da hatten, oder Someone is killing the children und so, oder something, also die haben ständig Spiele da sowas, ja genau, danke schön. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, also ich weiß nicht genau, wie die das machen und ich finde es ja auch faszinierend, dass das ja dieser Mischung ist, dieser Bruch zwischen echter Welt und Comicwelt. Ich habe das ja schon geliebt, als Morrison das beim Animal Man oder was es war, gemacht hat. Bei Black Hammer gab es auch so eine Szene, wo Jeff Lemire vielleicht nicht auf Vierte Wand war, aber auf jeden Fall diese beiden Welten kombiniert hat und auch das finde ich hier als Ansatz immer total toll und ich sag mal so, ist wieder so ein Comic, den ich gelesen haben muss und wenn ich in 30 Jahren den anderen Stapel abgearbeitet habe, dann erscheint der hier vielleicht im Rahmen der Reihe Comics, die alle gelesen haben, nur Andi noch nicht, mal gucken. Okay, also eine Empfehlung von Patrick und ja, bin gespannt, was dann weitere Bände da so bringen werden. Ja, und meine Kurzrecherche hat ergeben, wahrscheinlich ist es nicht das, was ich meinte bei Substack, wahrscheinlich ist es wirklich einfach Image-Reigel. Laut Andi Wolf soll das erst ab Band 2 so richtig abgehen. Naja, gut, wir werden es erfahren, wenn der Patrick irgendwann mal einen Nachklopp dazu macht. Gut, machen wir weiter mit einem weiteren Comic, der in Deutschland bei Splitter erschienen ist in den USA bei Image Comics und zwar The Me You Love in the Dark. Eine fünfteilige Miniserie, die natürlich mittlerweile im Sammelband erschienen ist und eben auch hier im Hardcover-Band bei Splitter, gerade frisch von diesem Jahr 2022. Zeichnungen sind von Jorge Corona, der Text von Scotty Young, den natürlich viele kennen und lieben, auch als Zeichner, aber eben auch als Autor hier in diesem Fall jetzt eben tatsächlich nur als Texter. Farben von Jean-François Bollieu, das US-Lettering von Nate Peikos, das 3D-Modell des Hauses ist von David Stahl. Es geht um ein Haus und jemand hat ein 3D, also natürlich ein digitales 3D-Modell davon erstellt. Die Übersetzung ist von Katrin Austen, das deutsche Lettering ist von Marlena Barrow. Wie gesagt, es ist eine fünfteilige Miniserie, es ist ein bisschen eine Gruselgeschichte. Ich habe heute passend zu unserem Hauptthema lauter Grusel-Comics mit dabei. Man kann es auch als übernatürliches Drama bezeichnen. Es geht um eine junge Künstlerin, eine Malerin, die schon erfolgreiche Ausstellungen hinter sich hat und jetzt die nächste Ausstellung soll anstehen, aber sie kämpft mit künstlerischer Blockade und muss erst neue Bilder malen und zieht dazu in ein Haus, das sie anmietet, das relativ weit abgelegen ist, das leer steht, ein größeres Haus und will sich dort zurückziehen und schauen, dass sie ihre Muse wieder findet und zum Malen kommt und es klappt nicht so ganz, aber irgendwie in diesem Haus ist was. Da ist ein Wesen, ein Geist, ein Dämon, eine übernatürliche Entität, so ganz genau erfahren wir es nicht, zu der sie dann aber auch irgendwie Kontakt aufnimmt. Die gehen irgendwie so eine gemeinschaftliche Beziehung in diesem Haus ein. Sie kommt dazu dann auch wieder zum Malen, sie bekommt neue Energie, sie bekommt neue Inspiration und die Beziehung zwischen ihr und diesem Wesen in dem Haus wird auch immer enger und wird auch sexuell dann irgendwann und wird aber dann eben auch ab einem gewissen Punkt toxisch. Das ist das, worum es dann in dem Comic geht, wo dann so der Horror auch einsetzt, so der Horror, den es auch im wahren Leben geben kann, dass aus dieser Beziehung immer eine toxische Beziehung wird, dass dieses Wesen das Leben der Frau immer mehr einnimmt, sie nicht aus dem Haus lässt, sie nicht mehr ihr eigenes Leben leben lässt und das ist so der Grundtenor dieser Geschichte. Jetzt kann man das auch schon unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren, ob es jetzt tatsächlich um zwischenmenschliche Beziehung geht oder ob es vielleicht um Abhängigkeiten von Substanzen, Alkohol oder was auch immer geht. Das kann man sich wahrscheinlich offen halten. Ich finde es eine sehr, sehr gelungene Geschichte, vor allem auch zeichnerisch. Jorge Corona hat mit Scotty Young zusammen auch schon die Reihe Middle West gemacht. Da mochte ich seinen Zeichenstil schon extrem gerne und als ich dann gesehen habe, dass sie eine neue Miniserie zusammen machen, die auch noch etwas düsterer daherkommt, auch was die Zeichnungen angeht, das spielt eben auch hauptsächlich in diesem Haus und ich meine, dass die Düsternis steckt ja schon im Titel The Me You Love in the Dark, also es sind recht dunkle Seiten, weil eben alles in diesem düsteren Haus spielt, aber wie gesagt, der Zeichenstil von Corona sehr, sehr schön, auch die Farbgebung sehr toll, ich finde auch, dass sehr, einige Elemente, grafische Elemente sehr stark umgesetzt sind, Musik spielt eine Rolle und auch so die Visualisierung von Musik mag ich sehr, sehr gerne, also Jorge Corona hat da so einen Weg gefunden, es sieht ein bisschen aus wie eine Klaviatur, die sich so quasi als Nebel ein bisschen durch die Räume zieht, das stellt dann eben so den den Klang der Musik da, das ist so ein grafisches Kürzel, das man als Leser sehr schnell lernt und wenn das dann auftaucht, weiß man ja, okay, jetzt spielt wieder Musik im Haus, also sehr, sehr gelungen, sowohl grafisch als auch erzählerisch, ich finde auch ein rundes Leseerlebnis in diesen fünf Heften beziehungsweise eben in einem Sammelband, wer Scotty Young mag, er ist hier jetzt halt überhaupt nicht komödiantisch unterwegs, also man kennt natürlich andere Scotty Young Geschichten, die immer sehr viel Humor auch mit drin haben, auch in seinen Zeichnungen ist er häufig natürlich eher so in der etwas humorigeren Ecke mit angesiedelt, das ist hier jetzt eben nicht der Fall, es ist also durchgehend eine erwachsene, düstere Geschichte, sowohl zeichnerisch als auch erzählerisch, als auch von den Themen, die verhandelt werden, von mir aus eine absolute Empfehlung, jetzt diese deutsche Ausgabe im Hardcover kostet 24 Euro, etwas größer als das amerikanische Heftformat und ja, also ich war sehr angetan und möchte das weiterempfehlen. Jetzt weiß ich ja, dass hier in dieser Runde sicherlich auch Scotty Young Fans sind und auch Fans von düsteren Geschichten sind. Andi, hast du den Comic schon mitbekommen und wie interessiert bist du daran? Also, nee, gar nicht, ganz ehrlich. Also wenn du den nicht vorgeschlagen hättest vor kurzem und ich glaube, wir müssen der Vollständigkeit halber hier auch nochmal einen lieben Dank an den Splitter Verlag richten, die uns diesen Comic, soweit ich das weiß, als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da gar nichts von mitbekommen habe und ich hatte ja gerade so positiv gesprochen über die Veröffentlichung beim Splitter Verlag, gehe davon aus, dass dieser Comic hier auch super gut ist und aber eben in meiner Bubble nicht so stattfindet, wie andere Sachen, die das tun, die da eben bei diesem Verlag erscheinen, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber ich finde es potenziell interessant, kann leider nur so inhaltlich noch so gar nichts sagen irgendwie. Ich glaube, da würde ich gerne dich mal zitieren, ich müsste mal, also beziehungsweise wenn er in der Bibliothek rumliegt, würde ich mir mal angucken oder halt Breedstorm, wenn ich günstig Breedstorm kann. Ich habe da jetzt so noch nicht so das primäre Interesse dran entwickelt. Patrick, mal düstere Sachen. Wie schaut es hier aus? Und ich habe das Ding auch gelesen, letztens im Zug. Ah, cool. Maschine, was du liest, Alter, das ist der Wahnsinn. Das ist eine eigene Dimension. Du und Bahnen, vor allem S-Bahnen und Regionalbahnen, was du da wegliest, das ist ja also beeindruckend. Ja, lustigerweise arbeitet sogar eine Bekannte von uns, Britt-Marie, mittlerweile bei der Bahn, also Gruß an sie, nebenbei. Ach ja. Ja. Und wie fandst du den Comic zu verdanken, dass wir demnächst aktuelle Star Trek Comics besprechen werden? Fort euch drauf. Oh. Oh. Okay, sorry, ich wollte es echt nicht unterbrechen. Sorry. Nee, Star Trek Comics klingt gut. Also, ich mochte den Band sehr. Ich habe den Geist quasi als, oder dieses Wesen quasi wie so ein Krebsgeschwür gesehen, der sich im Verlauf des Bandes immer mehr in diesem Haus ausbreitet und das auch von Seite zu Seite dunkler werden lässt. Das Schöne ist ja, man weiß nicht, ob das ein Psychodrama ist oder ob es wirklich ein übernatürliches Drama ist, weil es echt fast nur ein Kammerspiel ist. Also, man sieht meistens nur die beiden Reden. Der Kontakt zur Außenwelt findet wirklich sehr, sehr spärlich statt, also entweder über Telefonate oder über spontane Besucher. Sie kriegt da auch regelmäßig Stress von ihrem Verleger. Also, er denkt schon, sie ist kurz vorm Durchdrehen. Die Kontakte, die sie hat, sind immer Personen, die fragen, ja, geht's dir gut, geht's dir gut? Ansonsten spielt er mehr diese Freundschaft mit den beiden in den Comic ran. Das hat am Anfang sehr nette menschliche Momente, bis es dann im Finale eben ins Gegenteil umschlägt, in diese toxische Beziehung. Das hat mir sehr gefallen. Ich finde es schön, dass Gotti nicht nur auf seinen Marvel Baby Covers reduziert wird, sondern dass er auch mal zeigen kann, dass er was anderes kann. Das weiß ich seit seiner Pancha-Story, die er geschrieben hat. Da hat er auch eine sehr, sehr kleine menschliche Story geschrieben. Das ist auch hier der Fall. das ist ein kleiner, schöner Horrorfilm oder Psycho-Horrorfilm, den auch ein Del Toro nicht besser hätte inszenieren können. Und gerade die Zeichnungen von George Corona sind da wirklich ziemlich gut geworden. Und die unterstreichen dieses düstere Feeling. Also für mich ist das eine Empfehlung auch für Halloween. Also es hat wirklich schönes Halloween-Feeling, finde ich, der Comic. und auch das, was er da an Beleuchtung und Schattierung macht, ist beeindruckend. Breedstorm, interessiert dich sowas? Ja, Scotty Young würde ich mir auf jeden Fall mal reingucken. Ich mochte die Ost-Sachen sehr und ich gucke mir das mal an. Cool, also, The Me You Love in the Dark auf jeden Fall schon mal von zwei Menschen hier empfohlen. Dann kommen wir jetzt zu Breedstorm und weiteren Horrorgeschichten. Ja, im weitesten Sinne. Wenn man Zombies noch zu Horror zählt, ja. Also, The Walking Dead haben wir schon viel zu geredet und ich habe irgendwann bemerkt, dass da was an mir vorbeigegangen ist und zwar der Band Der Fremde, The Alien, der 2020 erschienen ist und das Ganze war ein Heft und Crosscult hat das Ganze als, ja, super schmalen Hardcover demnach gebracht und es berichtet die Geschichte nicht weiter, da gab es ja andere Sachen, die sich dem Thema angenommen haben, sondern wir haben etwas ganz zum Anfang von dem Zombie-Ausbruch bei The Walking Dead und zwar hat es ein Amerikaner nach Barcelona verschlagen, als die solche ausbricht und, ja, er muss sich dann durch Barcelona durchkämpfen, was nicht ganz einfach ist für ihn, da er fern der Heimat ist und sprachlich auch so ein bisschen Probleme bestehen, aber er trifft eine bezaubernde junge Dame, die ihm dabei hilft, die hat sich passenderweise, ja, die hat das gemacht, was ich sehr oft an Zombiesachen kritisiere, dass sie nicht gemacht werden und zwar hat die sich Rüstungsteile angezogen, also sehr oft sehen wir in Zombiefilmen viele Leute rumlaufen ohne jeglichen Protektor, ohne irgendwas, womit man so einen Biss abwehren könnte und, ja, da sie offenbar nicht ganz so groß ist, passt sie zumindest teilweise in Stücke einer alten Ritterrüstung und, ja, so Metall, das ist doch dann noch ein bisschen härter als der ein oder andere Zahn. Zusätzlich fährt sie dann noch auch mit Motorroller durch die Gegend, sind alle Klischees von Südeuropa sind vorhanden, es gibt einen Rock, es gibt Motorroller und noch ein bisschen antiquierte Kampfmittel, die aber gegen die Zombies erfolgreich eingesetzt werden. Wie es so ist, man lernt sich kennen und beschließt dann aus Barcelona zu fliehen per Boot und die beiden machen sich dann auf Richtung Meer, weil sie sich da Hoffnung, also weil sie Hoffnung vermuten letztendlich. Am Ende haben wir noch einen kleinen Spin drin, der das Ganze vielleicht noch mit dem Rest von The Walking Dead zumindest ein bisschen verbindet, sodass es natürlich eigentlich in keiner The Walking Dead Sammlung fehlen darf. Und gezeichnet hat das ganze Markus Martin. Da fällt also sehr gut auf, also den Stil, den wir auch von der sonstigen The Walking Dead Serie sehen, wird hier nicht gebrochen oder sowas, sondern es schmiegt sich darin sehr gut an. Das einzige, wir haben dann, wie wir es schon öfters kennen, dass es doch mal in einem Schwarz-Weiß-Comic dann rote Passagen gibt, von denen ihr euch vorstellen könnt, was das Ganze dann ist. Und ja, so als kurze Nummer hat das Ganze hier sehr viel Spaß gemacht. Ich muss natürlich sagen, also der deutsche Erstveröffentlichungspreis war 16 Euro, finde ich recht happig tatsächlich für einen eigentlichen US-Heft mit ein paar Zusatzseiten. Also hinten haben wir da noch so ein bisschen Cover und ähnliches das übliche Skizzen. Es ist schon umfangreich, aber ich finde 16 Euro ist eher so der Preis für einen vollwertigen Band und ja, das ist ein bisschen schade. Also ich habe das damals auch nicht mitgeschnitten, als das erschienen ist, habe ich nicht mitgekriegt, aber jetzt konnte ich das auch breedstormen und wenn man es für ungefähr die Hälfte des Preises kriegt, ist das natürlich ein Deal, den man auf jeden Fall mitnehmen kann, weil die Qualität ist natürlich fantastisch von den Hardcover, das kennt man von CrossCult, 16 Euro Leute, wirklich, also puh, da wurde der Name The Walking Dead nochmal richtig gemolken, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist wirklich, ansonsten kann man das gut lesen, gerade wenn man mal ein bisschen Abstand zu den anderen Bänden hatte. Ich bin natürlich der Einzige, der kein Walking Dead gelesen hat, von daher halte ich mich aus der Diskussion raus, Patrick, du bist bestimmt vollkommen im Walking Dead Universum, kennst dich da aus, hast du das gelesen? Ich hab das gelesen, fand den Preis auch, Herr Pick, das war ähnlich wie bei diesem Negan Spin-Off, ja im Prinzip war es ein Heft im Hardcover eingebunden, mit so ein bisschen Bonusmaterial, da hätte ich mir auch irgendwie das Ganze ein bisschen billiger gewünscht, fand das Spin-Off, aber so einen netten, schönen, kleinen Survival-Trip und auch diese Blutgetränk zur Spielerei, die ist jetzt nichts Neues, es macht Spaß, für mich hätte es sogar diesen Spin am Schluss gar nicht gebraucht, weil zu dem Zeitpunkt war die Walking Dead Comic-Reihe schon eingestellt und deswegen wissen wir alle, okay, die Verbindung wird ins nichts hinauslaufen, fand ich schade, da hätten sie es ein bisschen eigenständiger belassen können. Aber findest du auch, dass das so eine Serie ist, wo, und der Breedsom hat es ja angedeutet, bei den TV-Serien machen sie das ja so, dass es eigentlich ein Universum ist oder zumindest sein könnte und dann macht man halt diverse Spin-Offs und Ableger davon, ja okay, die Hauptserie ist irgendwie zu und dicht und ist vorbei, aber wenn du dir jetzt mal anguckst, was zum Beispiel auch mit Hellboy passiert, das ja irgendwie eigentlich zu Ende ist, aber es ist nicht zu Ende, weißt du? Und sowas könnte es doch mit Walking Dead eigentlich auch geben, mit anderen Autoren, anderen Zeichnern und so. Könntet ihr euch das vorstellen? Ich könnte mir das vorstellen, ich hoffe nur nicht, dass die das in der Qualität der aktuellen The Walking Dead Serien machen, dann wäre ich raus, da ist mir ein bisschen zu viel Idiotsplot, also Idiotsplot ist, wenn die Leute sich extra dumm verhalten, damit du noch zwei, drei Folgen rausquetschen kannst und das ist mir bei den aktuellen Walking Dead TV-Serien eben leider der Fall. Wenn sich die Leute da ein bisschen klüger verhalten würden, wäre ich da zufrieden und wenn auch ein bisschen mehr Substanz dann in den Storys stecken würde. Es gibt ja noch diesen Ableger von Tilly Walden, dieses Clementine Clementine und das scheinen ja auch irgendwie drei Bände oder so zu werden, das ist ja stilistisch schon mal sehr anders, als es bei The Walking Dead sonst in der Hauptserie war und ich habe auch Gutes drüber gehört, wie gesagt, nichts gelesen von Walking Dead, ich bin da vollkommen raus, aber diese Tilly Walden Geschichte zum Beispiel würde mich dann auch schon wieder interessieren. Du weißt, dass diese Tilly Walden Story auf dem Walking Dead Telltale Game basiert? Ja. Okay. Nee, das würde mich tatsächlich auch eher interessieren, weil Clementine, die hat sich in diesen Spielen so gut entwickelt, die haben im Prinzip, Achtung, Spoiler, The Last of Us so ein bisschen damit vorweggenommen, weil sie ähnliche Stationen durchläuft und in diesem Game einige interessante und traumatische Stationen durchläuft. Also dieses Telltale Game, beziehungsweise diese Reihe gehört für mich mit zu dem Besten, was bei The Walking Dead die letzten Jahre passiert ist. Deswegen wäre ich da wirklich geneigt dazu, das zu lesen, wenn die Qualität von The Walking Dead so bleiben würde. Dann sage ich ja, okay, haut so viele Spin-offs raus, wie es geht. Aber so knische ich erst mal so ein bisschen skeptisch mit den Szenen. Ja, wie gesagt, du meintest, ob sich das auch, das ist ja schon so ein Ansatz von, so was Andi beschrieben hat, mit einem Universum von verschiedenen Autoren, mit verschiedenen Zeichenstilen und so. Und wie gesagt, ich habe, also ich, was heißt, ich habe Gutes darüber gehört, ich weiß, Lara, Lara K. hat Gutes gesagt über diesen ersten Band, das ist das Einzige, was ich darüber weiß. Was Andi jetzt so gesagt hat, das Hellboy-Universum, das ist an sich beendet. Aber man hat jetzt auch da diverse Storys, die so ein bisschen außerhalb von Kanon spielen oder irgendwo in der Historie dazwischen, also da musst du gerade nicht unbedingt dich mit Hellboy auskennen. Du kannst da teilweise jetzt bedenkenlos reingreifen und tasten, schönen, lustigen, kleinen Horror-Comic. Also mir macht Hellboy aktuell wieder Spaß, seitdem sie die BRPD beendet haben. Gut, dann lassen, lassen, ja genau, sehr gut, lasst uns doch weitermachen und damit wäre jetzt der Andi wieder dran. Der Andi ist wieder dran und ich sage es euch, jetzt kommt Arbeit auf mich zu und ich sage es euch auch, ich glaube, ich mache mich jetzt mega unbeliebt, denn ich möchte über die Werner-Comics reden. Die Werner-Comics. Also wo fange ich jetzt an? Ich habe mich ganz stilecht, bin ich gerade beim dritten Bier während dieser Aufzeichnung, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin sehr gut gelaunt und ich habe richtig Bock über die Werner-Comics zu reden, die ich nämlich eigentlich mit einer relativ guten Kindheitserfahrung verbinde. Wir hatten hier auch in der 100. Ausgabe ja das Thema, ja, womit haben wir eigentlich angefangen mit Comics, was waren die ersten Comics, mit denen wir irgendwie regelmäßig Kontakt hatten und ich hatte in meiner Jugend, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, auch so drei oder vier Werner-Comics und das waren so die Comics, die man halt so in den 90ern kaufen konnte bei einem der unzähligen Verlage, bei denen diese Werner-Comics halt so erschienen sind und ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal hier bei unserer Buchtelefonzelle, das ist so eine Art Bücherschrank, wo du halt alte Bücher und Comics reinstellen kannst und dann nehmen das manchmal Menschen mit, habe ich einen Blick reingeworfen und habe da drei Comics mitgenommen und das sind die drei Comics, die glaube ich in der allerersten Reihe, die beim Semmel Verlag nennen der sich oder Semmel Verlach, der ist hier nämlich alles voll cool bei Werner, das steht im Impressum, es wird das Semmel Verloch, die habe ich mitgenommen und das ist ganz cool, das sind die ersten drei Bände von dieser Reihe, die halt da bei diesem Verlag erschienen sind und nicht nur, dass hier derjenige, der es vor mir besessen hat, liebe Grüße an den Udo, hier seinen Sticker reingeklebt hat, ich habe diese drei Dinge halt gelesen, weil ich damit halt so wirklich so nostalgisch irgendwie Dinge verbunden habe, dachte mir, das ist total lustig und so und das erste, was einem so auffällt, wenn man durch diese drei Bände blättert, ist es tatsächlich sogar das Impressum, so unspektakulär das klingt, denn genau wie das damals auch gewesen ist bei, was hat das denn den Bewegten Mann habe ich dir glaube ich vorgestellt bei uns, bei den Comic Cookies, was da in den 80ern an Auflagen gefahren worden ist, das ist ja wirklich, das ist krass. Also wir haben hier bei dem zweiten und dritten Band reden wir von der, also einmal reden wir von der 21. Auflage, das sind, die Auflage von der 21 war die Nummer 301.000 bis 330.000 von diesem Band, der da damals in den 80ern erschienen ist und der andere lag auch so in dem 300 noch was, 1000 Bereich. Überlegt euch mal, wie viele Comics das sind. Davon, da würde jede Graphic Novel aktuell würde davon träumen. Batman erreicht das aktuell nicht, nicht mal annähernd, der ist so um 50.000, 60.000 Bereich und das sind schon die gut laufenden Comics. Also mal so zur Einordnung von was für Comics wir hier reden, von was für Klassikern letztlich auch und auch von, ja wenn man so will, deutschem Kulturgut. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber wenn man mit Comics nicht so viel zu tun hat und das war bei mir damals in den sagen wir mal Teenie Jahren der Fall, da kannte ich Werner vor allem als die Figur, die in den drei Werner Filmen auftauchte und meine nostalgische Verbindung damit ist eigentlich eher so überschaubar. Ich habe glaube ich den dritten Mal in der Sonntag-Morgen-Vorstellung relativ allein im Kino gesehen und die anderen beiden habe ich halt dann so irgendwann nachgeholt und das Ganze war letztlich ja, weil cool, weil Werner hat gesoffen und der war so einer von uns und der war irgendwie so, weiß ich nicht, ich würde im Nachhinein nicht mal sagen, ich benutze das in Anführungszeichen ein echter Mann war, sondern Werner, das war einfach so kurzeweilige Unterhaltung auf einem sehr platten Level. Ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass Werner diese Figur, die für viele Menschen vieles bedeutet und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, dass es da zum Beispiel auch so ein Festival gibt. Das ist irgendwie so ein Motorradfestival, weil man die Figur Werner ja nicht mit Bier und Klemmtnern verbindet, sondern eben auch mit Motorradfahren und da gibt es halt so Motorradfestivals mit Livemusik und das gibt es glaube ich bis heute noch oder gab es zumindest bis kurz vor Corona und das ist so ein bisschen, auch wenn das keiner so wirklich zugeben möchte, aber es ist schon irgendwie deutsches Kulturgut, ein deutsches auch Comic, Urgestein. Urgestein ist natürlich auch der Begriff, den man benutzen möchte, wenn man über Brösel spricht. Brösel hier der Künstlername von der Person, die die Werner Comics gemacht hat, der bestimmt auch einen vollständigen Namen, da bin ich gerade leider schlecht vorbereitet, aber... Röttger Fertmann. Vielen Dank. Sorry. Das ist sehr nett. Das ist super, danke. Das war die perfekte Ergänzung zum richtigen Zeitpunkt, denn das ist irgendwie so mein Wissen, das ich hatte, bevor ich mich mit diesen drei Bänden beschäftigt habe, die jetzt scheinbar nicht die Bände sind, die ich als Teenager hatte, denn da gab es schon irgendwie eine größere Handlung. Das hier ist irgendwie alles ganz anders. Das sind ganz viele, wenn man so will, eigentlich Cartoons, mal auch so Fortsetzungsgeschichten von drei, vier Seiten, aber selten ist das wirklich was irgendwie sonderlich Komplexes. Und als ich das so gelesen habe und meine Gedankengänge dazu ein bisschen ausformulieren wollte, da habe ich dann natürlich auch mal bei uns in der Community nachgefragt. Und Community bedeutet so viel wie, ich habe einfach mal geguckt, was auf Twitter los ist. Habe das gepostet und da gab es tatsächlich eine Menge Leute, die geschrieben haben, was ihnen Werner bedeutet und ich glaube auf Facebook auch und keine Ahnung. Kurzum, Werner bedeutet vielen, auch von unseren Hörenden, jede Menge. Viele, gerade auch Comics-Schaffende, haben mit genau diesen Comics angefangen. Da fällt mir jetzt exemplarisch mal ein Name ein, das ist nämlich der Herr Scheffel, nennt er sich auf Twitter. Das ist der Zeichner von Yellowstone, wo wir hier das große Interview-Special hatten auch und der hat damit angefangen mit diesen Werner-Comics. Das hat dafür gesorgt, dass er in jungen Jahren sich dem Medium genähert hat und naja, in jungen Jahren war das bei mir halt nur punktuell der Fall. Ich habe es jetzt gelesen und ich finde es sehr schwierig. Ich finde es sehr schwer zu beurteilen und wenn ich jetzt sage, okay, es ist ein Kind seiner Zeit, dann kann man das mal so unterschreiben, aber es ändert nichts daran, dass ich es nicht gut finde. Mir haben alle drei, die ersten drei Werner-Comics und die haben sicherlich eine Entwicklung durchgemacht im Laufe der unzähligen Bände, die da noch folgen, im Regelfall nicht gefallen. Es sind kurzweilige Geschichten, die sich, wie gesagt, auf wenige Seiten beschränken und die aber eigentlich nur eine Variation darstellen von immer wieder denselben, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Witzen. Es geht immer darum, viel zu saufen oder es geht immer darum, dass irgendwo Scheiße und generell Fäkalien aus einem Rohr platzen und dann da irgendwas passiert. Und es geht immer um Missverständnisse, es geht immer um irgendeine Form von, sagen wir mal, Dialekt, es geht dann wieder um Saufen und das Ganze in irgendeiner anderen Variation und das hat mich super schnell gelangweilt. Also, das Ganze kommt auch daher in einem Artwork, dass mich, wirklich, ich kann einer Hand abzählen, wie oft ich das gut fand. Und ja, okay, es hat eine eigene Stilistik. Wir erkennen alle Werner-Figuren sofort wieder, die haben diese riesen Nase, es sind schlechte Hintergründe, wir haben hier sowas wie eine Schraffur, großartig nicht, wir haben hier keine Hintergründe eigentlich im eigentlichen Sinne, wir haben hier keine, also wir haben hier eigentlich nichts, bis auf die Outlines, das muss man mal so konkret sagen und das Ganze eben auch für so diesen einen Witz, diese Pointe, die so super cool, super alternativ sein soll und die sie damals, irgendwann in den 80ern, wann das halt so rauskam, was habe ich hier für eine Jahreszahl stehen, 86 zum Beispiel, als es so rauskam, da war das bestimmt irgendwie auch so und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das in der, ich möchte mal konkret alte Republik nennen, dass das da irgendwie alles ganz, ganz cool war, solche Sachen zu lesen und dazu ein Bier zu trinken und ein drittes und ein zehntes Bier zu trinken und ich will nicht, also ich meine, ihr habt auf Social Media vielleicht gesehen, was ich hier in Vorbereitung für diese Besprechung auf Social Media gepostet habe, ich bin dem Bier nicht wenig zugeneigt, aber ich sag's euch Jungs und Mädels vor allem und alles dazwischen und sonst wie, das ist echt nicht, nicht, nicht zeitgemäß. Ich finde, das ist super schlecht gealtert und es ist sogar in einzelnen Fällen, also es ist wirklich, es ist sexistisch, es ist teilweise rassistisch und es ist dem Brösel auch zeitweise arg um die Ohren geflogen, die, the shit hit the fan, wie man so schön sagt und ich sag's euch, ich kann nicht mehr viel dazu sagen, außer, dass ich die Hoffnung hege, dass aktuelle Reverner-Bände und ich glaube, da gibt es nicht so viele, deutlich zeitgemäßer sind, dass das Ganze hier nichts ist, was ich empfehlen würde und das Ding kommt, so wie es ist, zurück in diesen Buchschrank mit der Hoffnung, dass irgendwer damit was anfangen kann, was ihn schön warm hält oder sie. So, das war meine kurze Zusammenfassung zu den Werner-Comics, wirklich, war nix, es ist vorbei, ich habe keine Ahnung, es ist ja immer auch so ein bisschen, also vielleicht muss man es auch mal in den Brösel als Figur, also als Person, als Künstler auch mal, möchte ich mal erwähnen. Der hat ja denke ich sehr viel getan, er ist ja jemand, der dem deutschsprachigen oder aus Deutschland stammenden Comic wirklich ja auch große Gefallen getan hat, ich habe diese Auflagenzahlen genannt, da ist ja wirklich Geld geflossen, da sind Menschen inspiriert worden und da ist dem Deutschen oder der Deutschen, den Deutschen, vielleicht auch erstmal klar geworden, okay, hier, da gibt es vielleicht auch Menschen in unserem Land, die produzieren Comic und es ist nicht nur Mickey Maus und was sonst noch so aktuell war, es ist halt vielleicht auch mehr, es kann vielleicht auch lustig sein, aber es ist weit weg von einer Erwachsenen, ich möchte den Begriff Graphic Novel wieder benutzen, davon ist es weit weg und es gab vor nicht allzu langer Zeit, wenn man das ein bisschen googelt, dann findet man das zum Beispiel auch auf YouTube und so, so eine Kurz-Doku darüber, wie Brösel produziert, auch bis heute. Das ist alles super analog, da wird dann irgendwas, keine Ahnung, in klein gezeichnet, großgezogen und dann auf der großgezogenen Variante nochmal neu analog drüber gezeichnet und so, es ist vielleicht alles nicht mehr zeitgemäß, aber Brösel ist bis heute ein aktiver Comic-Künstler, der vor nicht allzu langer Zeit auch bei den Gralinen in Bochum eine Lesung zum Beispiel gehalten hat, also gibt es da wohl aktuelle Comics, keine Ahnung, aber was da damals so erschienen ist, ist bestenfalls noch, wie gesagt, als Kind seiner Zeit irgendwie zu huldigen oder dem Respekt gegenüber zu zollen. Es ist super schlecht gealtert und diese vom Semmel verlacht, diese Dinger, die ich hier in der Hand habe, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich hatte es schon erwähnt, es bröselt einem entgegen. Nicht so mein Ding mit den Werner Comics, um es mal in den Satz zu packen. Werner, sag ich, ja, Breedstorm, Andi, ihr habt das vielleicht damals gelesen, als es rauskam, wobei, also nicht ganz so früh, aber erzählt mal, ist das was, wo ihr mal größeren Kontakt mit hattet, auch wirklich in jüngeren Jahren, war das vielleicht für euch auch eine Art Einstiegsdroge? Ich weiß nicht, ob es eine Einstiegsdroge war, aber gelesen haben wir die natürlich damals schon in den 80er Jahren und die Filme auch im Kino gesehen, ich habe nicht alle im Kino gesehen, aber ich weiß, ich habe den ersten und vielleicht auch noch den zweiten im Kino gesehen und ja, das ist so, also ich habe wirklich auch seitdem keinen mehr gelesen, also ich kann jetzt nicht mit einem wirklich erwachsenen Geiste das irgendwie beurteilen, wie ich das jetzt heute finden würde, vielleicht, wenn ich irgendwelche Episoden lesen würde, die ich damals gelesen habe, dann wäre vielleicht so ein Wiedererkennungseffekt und so ein Lächeln oder ein kleiner Lacher vielleicht auch mit dabei, aber ja, also eine bessere Kritik aus heutiger Sicht kann ich der ganzen Sache auch gar nicht entgegenbringen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen die Ecke Klo-Lektüre, also gerade so Werner auf dieses Episodenhafte, also jetzt gar nicht, ich meine, du hast schon gesagt, da geht es auch sehr viel um fäkalen Humor in den Comics, von daher ist es gar nicht so weit weg, wenn es neben der Schüssel liegt, aber ich glaube, gerade dieses Episodenhafte bietet, also ich bin jetzt kein Klo-Leser zum Beispiel, ich habe da keine Erfahrung damit, was man auf dem Klo liest, das mache ich nicht, keine Ahnung, aber gerade so dieses, mal so ein Gag nach dem anderen, mal so ein paar Seiten lesen und dann wieder liegen lassen, ich glaube, das bietet sich jetzt nicht dafür an, zwingend das ganze Buch am Stück zu lesen, wieder was, was wir am Anfang auch besprochen haben. Was ich aber trotzdem noch sagen möchte, also bloß, weil der die Comics analog zeichnet, in einer relativ klassischen Methode, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass das nichts hat. Natürlich. Ralf König setzt auch nur einen dicken Filzer auf Papier, also, aber inhaltlich, klar, das kann man da auf jeden Fall kritisieren, dass das in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht gut gealtert ist. Breed Zone, wie ist es bei dir? Ja, das war auch, also ich hatte als Kind keine, aber das hat man immer mal geliehen und man fand es natürlich, weil es heute würde man sagen, anarchisch so ein bisschen war, da fand man es halt gut. Also es ist wirklich wie so ein deutsches Independent-Comic aus so einer Zeit, wo du halt durch solche Übertreibungen mit Saufen und so weiter, wo du halt bekannt wurdest und das hat er sehr gut praktiziert. Das war natürlich damals auch schon eine Nachricht wert, als dann im wahren Leben irgendwie das Rennen stattgefunden hat zwischen dem Auto und dem Motorrad, die eigene Namen hatten, die ich jetzt spontan gerade nicht mehr weiß, wenn dann irgendwie Werner und Holgi oder wer auch immer da gegeneinander angetreten sind und dann, als es natürlich in den Läden Bölkstoff zu kaufen gab, ich meine, das ist ja auch krass, du hast die Auflagenzahlen von diesen Büchern erwähnt, aber allein schon, dass es auch mehrere Filme gibt, dass es das Bier in Produktion gab und zwar nicht nur in kleinen, sondern quasi auch in ganz Deutschland dann zu kaufen gab, diese Bölkstoffflaschen und solche Geschichten. Also das gibt ja nicht viele Comics aus Deutschland, die so eine Merchandising-Welle auch nach sich gezogen haben, also T-Shirts, Figuren etc. und was weiß ich nicht alles. Also es war auf jeden Fall schon ein extremer Erfolg. Ja, es tut mir auch so ein bisschen im Herzen weh, dieser Reihe und dieser Figur, die wirklich ja für viele Menschen viel bedeutet, da jetzt so ein schlechtes Zeugnis ausstellen zu müssen und es ist natürlich auch unfair, da jetzt mit aktuellen Augen drauf zu blicken. Aber es gibt halt so ein paar Punkte, die finde ich halt unstrittig und das ist halt dieses Artwork-Ding. Ja, okay, man mag vielleicht ganz klassisch und tut mir leid für alle Cartoonisten, die ich gerade in irgendeiner Form beleidige, aber man mag vielleicht an Cartoons andere Ansprüche stellen als an eine vollwertige, an den vollwertigen Lang-Comic. Aber es gibt in allen drei Büchern hier, die haben, ich muss mal blicken, wir gucken, wir checken, wie viele Seiten werden die haben, das wären, keine Ahnung, sind das 120, wenn überhaupt, ja 130, 140. Es gibt das, das habe ich dreimal gelesen, da gibt es eine Handvoll Seiten, die auch optisch überzeugen. Alles andere ist ein bisschen dahin schlawinert und das ist irgendwie, also das kann ja Absicht sein, das ist eine Stilistik und das ist vielleicht auch eine künstlerische Freiheit, die man sich natürlich nehmen kann und so, aber da ist, also da war ein, eine Splash-Page dabei, da sehen wir halt eine Hausfassade, die komplett vom Haus abfällt und alle dahinterliegenden Wohnungen und was diese Menschen da so machen. Das war schön, weil ich mir vorstellen kann, dass der Brösel da einen Tag lang dran gesessen hat und das war wirklich nett, aber das ist so selten passiert, dass es eigentlich schon gar nicht mehr erwähnenswert ist und das ist ein bisschen schade. Andererseits mag ich da vielleicht auch einen ganz besonderen Blickwinkel haben, weil das wie gesagt in den 80ern ja diese sechsstelligen, mittleren sechsstelligen Auflagenzahlen hatte und insofern, ich freue mich für jeden, der damals den Einstieg gefunden hat, aber ich sage mal, so Zeit ist halt jetzt vorbei. Ja, falls da von den Zuhörenden irgendeine Meinung dazu hat. Ich freue mich auf die Shitstorms, du beleidest. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich habe auch noch eine Meinung dazu. Ja, schieß los. Also, ich mochte die Reihe früher richtig gern. Der erste Teil hatte für mich schon einen gewissen Kultstatus, nicht nur, weil der Werner ein halber Namensvetter von mir ist, sondern auch, weil unser Nachbarskumpel Kumpel, die Mutter hatte im Verlag gearbeitet und die hat uns dann immer wieder diese Werner-Comics mitgebracht und wir fanden das damals super. Wir haben auch auf der Buchmesse damals Brösel gesehen. Da war ein Betonmischer voller Kondome und nebendran stand dieses Motorrad von Werner, diese Satelliterschüssel. Ich fand das früher sehr lustig und irgendwo ist das auch so ein bisschen bei mir Kindheitsnostalgie. Die Zeichnungen, die steigern sich. Du hast da gerade die drei am schlechtesten gezeichneten Werner-Comics da gegriffen. Da ist später ein ziemlicher qualitativer Anstieg und auch Werner passt sich humortechnisch dann ziemlich den Zeitgeist an. Also es gibt, das habe ich jetzt in der gratis Comic-Tag-Ausgabe gesehen, da schimpft er ziemlich gegen die AfD und schimpft ein bisschen gegen Sexismus. Also die Figur hat sich im Verlauf der Zeit auch gewandelt. Ist dadurch vielleicht ein bisschen weniger anarchistisch geworden. Also ja, die ersten drei Bände sind echt nicht gut gealtert. Aber Brösel hat sich in der Hinsicht dann schon weiterentwickelt. Wo ich dann Vorwürfe mache, dass diese aktuellen Comics teilweise wie so Werbung sind auf dieses große Rennen, auf dieses Event, wo dann natürlich auch die Organisatoren von Wacken dahinter stecken. Also da pumpen sie dann auch entsprechend Geld in die Comics dafür, dass das beworben wird. Deswegen viele der aktuellen Comics eher wie so eine Werbeveranstaltung auf das große Werner Rennen wirken. Weil ansonsten... Ja, es ist auch wirklich, du hast es schon recht, das ist natürlich einfach auch auch irgendwie betriebswirtschaftlich gesehen total sinnvoll. Natürlich willst du Marken ausschlachten. Und wir hatten jetzt unzählige Beispiele genannt, wie das mit Werner nachvollziehbarerweise geschehen ist. Also vor allem mit dem Bölkstoff und mit den Veranstaltungen und mit der letztlichen Ikone, die Werner ja auch in einem gewissen Rahmen darstellte. Und das ist okay, aber es freut mich, oder andersrum, es freut mich zu hören, dass es scheinbar qualitativ aus comic-handwerklicher Sicht noch besser wurde. Deutlich besser, ja. Und ich fand damals eben dieses erste Fußballspiel in Werner 1 legendär. Also das haben wir rauf und runter zitiert, den ersten Film damals. Aber deshalb ist es vielleicht gut. Also das ist, glaube ich, auch so der... Ich glaube, da sind sie alle einig, dass das so das beste Segment aus allen Filmen ist wahrscheinlich. Ja. Aber gut. Patrick, mach mal mit deinem nächsten weiter. Okay, ich habe noch ein Splitteralbum. Psycho Investigator. von Irwin Korbier und Benoit Dahan. Den könnte man noch kennen, weil er im Kopf von Sherlock Holmes gezeichnet hat. Dieses Mal geht es um den Ermittler Simon Radius. Simon Radius hat diese spezielle Fähigkeit. Er kann per Hypnose in die Köpfe beziehungsweise in die Gedankenwelt von Menschen und sonstigen springen. Also er springt auch teilweise in den Kopf von den Wellensittich und da den Mord zu sehen. Und er nimmt sich unterschiedlichsten Fällen an und nebenbei versucht er das mysteriöse Verschwinden von seiner Frau aufzuklären. und das führt zu einigen netten Spielereien. Das Ding ist nicht ganz so verspielt wie im Kopf von Sherlock Holmes, weil das vorher entstanden ist. Aber hier haben wir zumindest durch die Suche mit seiner Frau eine emotionalere Komponente, die mich dann doch ein bisschen mehr bekommen hat. Also Simon Radius ist als Charakter deutlich greifbarer als der von Cooks vernebelte Sherlock Holmes. Und ich finde es interessant, wie er dann in die Köpfe hin und her springt. Da wechseln sich auch die Stile ab. Also mal hast du die Sicht eines Kindes und dann wird es quasi in so einem Kinderbuchformat erklärt. Dann ist es ganz neblig und er findet zum Beispiel raus, dass eine Person schizophren ist und das zeigt es dann auch an den Sprechblasen. Also die Sprechblasen sind hier auch sehr charakteristisch für die unterschiedlichsten Charaktere und zeigen auch die Gemütslage. Es gibt auch zwei, drei Leute, die die ähnliche Fähigkeit wie er haben, die können ihn dann auch emotional abblocken. Und irgendwie stößt er dann während der Ermittlungen dann auch darauf, was mit seiner Frau passiert ist. Das treibt ihn die Meistzeit an, aber er wird eben von Fall zu Fall geschickt und das ist so die Rahmenhandlung. Und dabei sieht man dann auch immer wieder Diagramme, Notizen, die er schreibt und wie er versucht, sich in den Köpfen zurechtzufinden. Es gibt auch immer wieder interessante Spielereien. Wenn er Personen hypnotisiert, dann öffnet sich dann zum Beispiel wie bei Lock & Key quasi so ein Schlüssel zum Kopf und du siehst, wie er dann in dieser Gedankenwelt rumspringt. Manchmal kommt er auch durch den Mund rein oder durchs Bier von der Person oder er versucht es mal ohne Hypnose. Also diese ganzen Spielereien, die Benoit Daman macht, die machen auch schon in seiner Anfangszeit ziemlich Spaß. und diese Gedanken werden auch durch unterschiedliche Stile quasi unterstützt. Auf die Lösung vom Fall beziehungsweise auf eine Person, die dahinter steckt, bin ich relativ schnell gestoßen. Ich weiß nicht, ob sie da ein bisschen die Leser unterschätzt haben, aber an sich war das ein schöner, trickreicher Krimi, der auch Fans von Mathieu Spaß machen könnte. Die Gesichter haben teilweise was von Steve Dillon. Also wer Preacher noch kennt, das war der Zeichner der Reihe. Steht es richtig, dass das ein abgeschlossener Band ist? Ja, es gibt aber auch noch eine Fortsetzung, aber die Story an sich ist mit dem ersten Band abgeschlossen. Du hast am Cover eben das Gesicht seiner Frau, die er vermisst und da ist ein Puzzlestück quasi weggeklappt, also er sucht nach der Lösung, ihn siehst du dahinter. Ja, klingt ja ganz spannend und auch von dem Sherlock Homes Band, den hattest du ja auch vorgestellt. Ich meine, du warst es, oder? Ja, das war ich. Ja, genau. Gerade so diese visuellen Spielereien, das klingt ja ganz interessant. Andi, wie firm bist du mit dem Werk? Kennst du den, hast du den Sherlock Homes Band gelesen? Nee, da kann ich natürlich auch nichts beitragen irgendwie. Ich denke, dass das wieder was ist, was aufgrund dieser Spielereien spannend sein könnte. Und generell frage ich mich halt auch, ich finde es halt immer wieder interessant, dass es so viele neue Sherlock-Homes-Sachen zu erzählen gibt. Das ist ja, und berichtigt mich gern, wenn ich falsch liege, eine Figur, bei der die Rechte an ihr frei sind. Ich glaube, wie wir hier sitzen, wir könnten alle eine Sherlock-Homes-Geschichte schreiben und verkaufen vor allem. Und dass da das scheinbar schon mal Menschen gemacht haben, ist ja der eine Punkt, aber dass es auch immer wieder neue Menschen gibt, die dann da Geschichten zu erzählen wissen, das finde ich dann schon irgendwie spannend und finde es auch interessant, dass das hier in irgendeiner Form mit neuen Aspekten gelungen zu sein scheint. Ich habe es gerade nachgegoogelt, es unterliegt kein Copyright mehr. Siehst du, sage ich doch. Ich schicke dir mal einen Link zu einem Video- Essay zu dem Thema, warum es so viele Sherlock- Holmes- und Robin Hood- Filme gibt und warum da ständig immer wieder neue kommen. Ja, aber es ist halt immer was Neues auch zu erzählen, ist nicht irgendwann auserzählt und irgendwann auch irgendwann einfach nur noch Quatsch. Es ist ja nicht Sherlock Holmes, das ist nur von dem Zeichner von. Ach so, na dann. Ergibt meine Ansage überhaupt keinen Sinn mehr. Dankeschön. Gerne. Deine Ansage ergibt immer noch Sinn, nicht bezogen auf diesen Comic, aber prinzipiell. Ja, richtig, danke. Du bist ein guter Moderator. Breedzong, wie hast du deine Tasse? Kleiner Hinweis, kleiner Hinweis. Ja, ich müsste erst mal den im Kopf von Sherlock Holmes lesen und dann würde ich mich dem Nächsten erst mal widmen, aber den habe ich mir auch noch nicht besorgt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, zum Beispiel hat auch der Panini-Mitarbeiter Christian Endres einen Sherlock-Holmes-Band geschrieben. Der hat ja einige Romane verfasst und der hat zum Beispiel geschrieben Sherlock Holmes und die tanzenden Drachen. Aha. Christian Endres kennt man ja. Ja. Genau. Wer aufmerksam auf Twitter war, hat gesehen, dass es den Band vor geraumer Zeit kostenlos irgendwie auf Kindle gab oder sowas und da habe ich mir auch mal geklickt. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber das wird in Kürze folgen. Dann komme ich zu meinem zweiten Band, der nächsten, ja, dem nächsten Eintrag in meiner kleinen Grusel-Trilogie des heutigen Tages. My Pretty Vampire von Katie Skelly erschienen bei Fanta Graphics im Jahre 2017. Also es ist ein amerikanischer Band. Ich glaube auch, es gibt keine deutsche Übersetzung meines Wissens. Es ist auch so ein relativ französisches Albumformat, Hardcover, 20 Dollar. Es gibt mittlerweile auch eine Softcover-Ausgabe und wie der Name schon sagt, es ist eine Vampir-Geschichte. Katie Skelly ist eine Cartoonistin, deren Stil ich sehr, sehr gut finde. Ich mag ihre Sachen sehr gerne. Ich habe noch nicht alles von ihr gelesen. My Pretty Vampire ist vielleicht sogar der einzige Langcomic, den ich von ihr gelesen habe, aber ich kenne halt Bilder natürlich von ihren anderen Sachen. und ja, wie gesagt, finde ich sehr gut. My Pretty Vampire, eine Vampir-Geschichte um eine junge Vampirin, die von ihrem Bruder seit Jahren festgehalten wird, nicht raus in die Welt kann, das aber möchte und dann auch irgendwann entfleucht und dort ihre Freiheit sucht, aber natürlich auch Blut trinken muss und die Freiheit quasi auch darin besteht, sich nicht zu Hause von ihrem Bruder irgendwie mit Tierblut füttern zu lassen, sondern eben auch draußen auf Menschenjagd zu gehen. Der Bruder möchte sie wieder einfangen, beauftragt dann so einen, ja, ich nenne ihn mal Jäger, Vampirjäger, der die Schwester wieder nach Hause bringen soll. Es gibt dann noch eine, irgendwie eine mysteriöse Verschwörung durch eine mysteriöse Vereinigung, die noch so im Hintergrund ist. Das Ganze ist ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen verschwurbelt sogar, gerade wenn so diese Aspekte um diese, diese düstere, mysteriöse, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, Vereinigung eben geht und wie deren Anteil an der, an der ganzen Geschichte ist. Also es geht darum, wie diese, diese junge Vampirin da so auf der, auf der Flucht ist, beziehungsweise eben ihren, ihren Weg findet draußen in der realen Welt, sich vor der Sonne verstecken muss, andererseits aber eben auch trinken muss und diesem, diesem Jäger auch entgehen muss. Es ist für mich ein bisschen schwierig, die Handlung zusammenzufassen, zusammenzufassen, weil sie vielleicht, die Handlung auch ein bisschen dünn ist vielleicht sogar. Das stört für mich aber überhaupt nicht an diesem Band. Das ist auch nicht mit so viel Text erzählt. Ich gucke mal kurz, wie viele Seiten der Band überhaupt hat. Er hat keine Seitenzahlen, deswegen kann ich es nicht sagen, wie viele Seiten er hat. Ein etwas dickeres europäisches Album, würde ich jetzt mal ungefähr einschätzen. Cady Scully ist für diesen Band sehr inspiriert von den Filmen von Jean Rollin, so ein französischer Filmer, gerade so aus den 70er Jahren, der einiges an so, ich sag mal, sexy Vampirfilmen gemacht hat, also die auch nicht an Nacktheit gegeizt haben. Ich kenne die auch nur ausschnittsweise und habe die auch hauptsächlich dadurch mitbekommen, dass Cady Scully eben darüber gesprochen hat, als sie My Pretty Vampire rausgebracht hat, also ich kenne bisher auch nur Trailer und Ausschnitte, die ja auch sehr von ihrer Atmosphäre und ihrer Ästhetik leben und vielleicht nicht so sehr tatsächlich von ihrem Skript, von ihrer Handlung, die vielleicht auch so ein bisschen ätherisch daherkommen und davon ist Cady Scully eben, wie gesagt, auch für My Pretty Vampire inspiriert. Also auch hier kommt diese Vampirgeschichte schon in einem sexy Gewand auch daher, also das ist jetzt kein Porno-Comic, da gibt es jetzt keine explizitiven Sex-Szenen oder so, aber es gibt durchaus ein bisschen Nacktheit oder Unterwäsche zu sehen, auch auf dem Cover ist diese Vampir da in recht räkeliger Position abgebildet, aber eben in einem sehr cartoonigen Stil, also es ist weit weg von einem realistischen Zeichenstil, auch die Farbgebung, die ich sehr, sehr gut finde, ist sehr, sehr plakativ, also auch sehr flache Farbgebung, nicht viel mit Schattierungen, sondern wirklich so mit starken, einheitlichen Farbhintergründen oder auch Farbgebungen für die Figuren. Es spielt sicherlich auch mit so gewissen Tropen, die mir in diesem Fall aber auch viel Spaß gemacht haben, zum Beispiel, dass dieser Jäger eine Augenklappe trägt und ein Schnurrbart, so einen halben Trenchcoat, so ein bisschen eben auch so inspiriert durch so 70er, 80er Jahre Sachen, das mag für manche vielleicht auch veraltet sein, das ist ja auch so eine Geschichte, dass Bösewichte immer eine Gesichtsentstellung haben, das ist auch nicht die netteste Darstellung, aber es ist auch so ein bisschen Manga inspiriert, also Fantagraphics nennt das Ganze auch irgendwie so ein bisschen Pop-Jojo-Manga, aber wie gesagt, es ist dann doch an vielen Stellen zeichnerisch doch relativ weit weg vom Manga, aber so ein bisschen die Inspiration dahinter, kann man da schon sehen. Katie Skelly ist so eine Zeichnerin, die auch wirklich sehr firm ist, was viele Stile angeht, also lesenderweise, also eben auch europäische Comics, amerikanische Comics, japanische Comics, spricht auch hoffentlich einen Podcast, hat auch einen eigenen Podcast, in dem sie auch Comics bespricht, eben aus den verschiedenen Genres und verschiedensten Zeiten und das Ganze dann eben auch so ein bisschen in ihren eigenen Comics mit verschmilzt, so Genresachen, ein bisschen Science-Fiction-Sachen, ein bisschen Gruselsachen und ja, in einem sehr klaren zeichnerischen Stil, der mir sehr gelegen kommt, also wer sich das vielleicht online mal angucken mag und da Spaß dran findet, My Pretty Vampire von Katie Skelly ist ein Band, dem ich viel abgewinnen kann, ich kann aber auch verstehen, wenn andere ihn lesen und dann sagen würden, super, jetzt bin ich da irgendwie in 15 Minuten durchgerutscht und eigentlich hat es mir nicht viel erzählt. Man muss schon vielleicht auch ein bisschen Spaß dran haben, dass man einfach in dieser Atmosphäre lebt, ohne jetzt vielleicht irgendwie das große literarische Werk, was Charaktertiefe und Charakterentwicklung oder so angeht, sondern wirklich mehr Atmosphäre und Ästhetik. Ich behaupte jetzt einfach mal, keiner außer mir hat den hier gelesen und vielleicht habt ihr auch alle den Namen Katie Skelly noch nie gehört, keine Ahnung, weiß ich nicht, hat irgendjemand von euch von Katie Skelly schon mal irgendwas mitbekommen, dass diese Dame existiert und Comics macht? Nee, ich möchte aber kurz trotzdem meine aktuellen Online-Skills mal beweisen. Ich habe die nämlich gegoogelt nebenbei und habe, das ist erschreckend, es gibt ja diese Internetseiten, wo du mehr als nur eine Leseprobe findest von Comics. Ich bin auf so einer Seite hier gelandet, in dem ich einfach nur den Titel gegoogelt habe und habe jetzt hier den Eindruck davon, wie das übrigens 101 seitelange Comic, wie das so gezeichnet ist und das ist schon irgendwie, also es ist krass, dass das Artwork selbst, also man würde meinen fast, dass es könnte, man könnte sagen, es wäre nicht ausgereift, es wäre ein minimalistisches Artwork, ich meine, das ist letztlich sehr flächig, es gibt hier keine Schattierungen, es gibt hier keine Raster, es gibt hier auch gerne nochmal einfach nur flächige Hintergründe und so, das ist aber, wie mir scheint, Absicht und das ist auch ein Comic, der ist, wenn ich es richtig gesehen habe, aus 2017 schon, also auch schon nicht mehr so ganz so taufrisch, finde ich aber tatsächlich, aufgrund der Punkte, die du genannt hattest, ganz ansprechend, gerade weil du sagst, dass da diese, sag ich mal, Sexiness auch irgendwie aus geübter Hand stammt, das finde ich schon irgendwie interessant, würdest du mir auch mal angucken, was mich aber bei solchen Comics vor allem immer interessiert, ist, wie du da eigentlich rankommst, lass mich raten, das ist so ein Ding, weil das erste, was mir passiert, wenn ich hier auf der Fanta-Comic-Seite lande, ist, dass er mir ausrechnet, wie viel Zoll und Versandkosten ich zahlen muss, das Ding hast du doch garantiert in deinem lokalen Comicladen gekauft, oder? Absolut richtig, ja, den habe ich im Comicladen gekauft und ich glaube, ich habe den nicht mal vorbestellt, ich glaube, die hatten den einfach da, manchmal bestelle ich natürlich auch Sachen, die, von denen ich halt weiß, dass die rauskommen, aber das war, also es war ein Comic, von dem ich wusste, dass er kommen würde, aber sie hatten ihn tatsächlich auch einfach da, aber ansonsten kann man das natürlich auch eben bei jedem Internethöcker bestellen, sowas. Ja, ich würde mal reingucken. Gut, also an sich, wie gesagt, Patrick ist ja auch für Grusel-Comics immer zu haben und Patrick Brissom ist ja auch nicht ganz abgeneigt, aber das ist jetzt schon auch so ein bisschen eine speziellere Ecke, ich würde es jetzt nicht generell jedem empfehlen, wahrscheinlich, aber an sich möchte ich ihn empfehlen, also ich finde den sehr ansprechend und ich glaube, Katie Skelly eben eine Cartoonistin, die in unseren Breiten jetzt noch nicht super bekannt ist, weil ich meine auch, dass nichts von ihr auf Deutsch erhältlich ist und sie jetzt auch an sich nicht wahnsinnig viele Bände bisher gemacht hat, aber arbeitet stetig, ist noch, naja, halbwegs jung, glaube ich, so in den 30ern vielleicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher und ja, ihr letzter Band ist auch eine, ja, ich würde mal sagen, so im True-Crime-Horror- Segment angeordnete Geschichte namens, ich glaube, The Maidens, wo es auch um so ein Pärchen geht, die Menschen umgebrocht haben. Naja, wie gesagt, wer Interesse hat, guckt einfach mal online und schaut euch das mal an und wenn ihr da Spaß dran findet, dann holt euch den gerne mal. Dann mach jetzt einfach mal den Übergang, wenn wir schon beim Horror sind, gehen wir doch direkt weiter zu unserem heutigen Band für die Cookies Code Authority. Also, wir haben heute die Band Mortalis, erschienen bei Carlsen Manga von Dominik Jell und, weil ich es noch aufgeschrieben habe, das Lettering von Björn Liebchen, wobei ich glaube, das Lettering in diesem Fall tatsächlich heißt, das Einfügen der Buchstaben. Ich glaube, Dominik Jell hat selbst das Setzen der Sprechblasen gemacht, so habe ich das zumindest in Interviews verstanden. Der Band ist recht frisch, jetzt vor kurzem erst erschienen. Dominik Jell, ein junger deutscher Tätowierer aus München, der jetzt hier seinen ersten Manga veröffentlicht hat und in diesem Fall handelt es sich um zwei Kurzgeschichten in diesem einen Band. Beide im Horrorgenre, also es ist definitiv ein Horrorcomic. Das sieht man dem Cover auch direkt an. Der Comic war auch eingeschweißt. Hinten steht drauf empfohlen, ab 18 Jahren. Er kostet 12 Euro und kommt zumindest in dieser ersten Auflage mit einem Faltposter des Covermotivs und mit einem wunderschönen kleinen Druck. Aus meiner Meinung hat allein dieser Druck, der da beigelegt ist, schon fast die 12 Euro gelohnt. Also diesen Druck, als der da rauskam irgendwie aus dem Band. Ich wusste ja nicht, dass der da drin sein würde. Da habe ich mich schon total über diesen Druck gefreut. Also ja, sehr, sehr schöne Sache. Gut, sprechen wir drüber. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Breed Star Wars Ausgabe kam leider nicht rechtzeitig genug an, dass er ihn jetzt noch für heute lesen konnte, aber alle Andis und Ein-Potek haben ihn auf jeden Fall gelesen. Ich bin gespannt, was ihr alle dazu zu sagen habt. Andi, fang doch mal an, von deinen Eindrücken zu berichten. Meine Eindrücke. Also zunächst einmal ist es ein Horror-Manga und ich war da relativ offen. Als du den vorgeschlagen hast, dachte ich mir auch, warum eigentlich nicht? Dann warst du noch so freundlich, hier darauf hinzuweisen, dass der Dominik Jall ja auch bei den Mädels von Ikigai zu Gast gewesen ist. Diesen Manga-Podcast, den man durchaus empfehlen kann. Da sind tolle Sachen auch erzählt worden und die haben tolle Ausgaben gemacht. Hört da mal rein. Der hat ein längeres Interview auch zu seinem, wenn man es so will, schaffen und so gegeben. Der ist ja auch Tattoo-Künstler und so Manga, das macht er halt auch. Und ich hatte Bock drauf. Auf was hatte ich eigentlich Bock? Ich hatte Bock auf Mortalis. Und zur Einordnung erst einmal, das Ganze sind zwei Geschichten. Zwei Kurzgeschichten, die nichts miteinander zu tun haben. In der ersten Kurzgeschichte sehen wir wie ein junger Mann, er ist scheinbar irgendeine Form von Influencer, YouTuber, hast du nicht gesehen, der besucht sogenannte Lost Places, beziehungsweise generell Orte, die weit weg sind ab vom Schuss und in dem Fall so Gruselhäuser sind es quasi. Er checkt da so ein, baut eine Menge Kameras auf und hofft halt in irgendeiner Form irgendwas, ja, geisterhaftes, da irgendwie ektoplasmatisches, würden wir Ghostbusters sagen, aufzunehmen. Und das Ganze eskaliert ein bisschen, weil sein Vermieter vielleicht doch irgendwie eine Spur anders ist, als er dachte. Im Anschluss haben wir dann noch eine Geschichte über einen Priester im Mittelalter und eine Hexenverbrennung, die womöglich auch anders abläuft, als sich das der Priester so gedacht hat. So, Horror ist für mich in sequenzieller Kunst, also im Manga und im Comic immer irgendwie was anderes als im Film. Das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, die ich hier nicht aufmachen will, aber für mich funktioniert Grusel im Comic einfach nicht. Oder anders zumindest. Grusel ist für mich immer irgendwas, was vor allem durchs Artwork präsentiert werden muss. Ein Stück weit fließt da vielleicht Ekel mit rein, aber zum Beispiel funktioniert für mich Grusel und Horror nur, wenn das Artwork sehr detailverliebt ist. Und das ist es hier teilweise auch. Wir erfahren unter anderem auch ein Interview bei Ikigai, dass der Dominic Jell sich sehr explizit mit, ja auch zum Beispiel so Verwesungsbildern beschäftigt hat, also mit sehr expliziten Fotos von toten Menschen. Und das kommt im Finale gerade der ersten Geschichte durchaus auch raus, weil dann halt eben auch einfach mal bandagierte tote Menschen zu sehen sind. Ob es jetzt gruselig ist, wie das vielleicht für den Horror-Comics so sein muss, darüber lässt sich streiten. Das ist eine individuelle Wahrnehmung. Aber ich kann sagen, dass ich die erste Geschichte grundsätzlich nett fand, aber leider auch nicht mehr. Sie ist null überraschend. Also es passiert nichts, womit ich in der ersten Geschichte nicht gerechnet hatte. Und darauf reagiere ich immer sehr allergisch. Ich finde es nicht gut, wenn Fotovorlagen genutzt werden. Und diese Fotovorlagen haben wir hier bei zwei Situationen, fällt es mir jetzt auf, oder habe ich noch in Erinnerung. Eine Situation ist explizit, da geht es um so eine Nudelsuppe. Das ist halt eine ganz bekannte Nudelsuppenmarke, eine asiatische, also für Nutenterrine. Das hat er einfach abgemalt von einem Foto. Fertig. Und dasselbe haben wir nochmal bei einer Kamera. Also er ist halt eben dieser Protagonist, ist halt YouTuber oder was, oder nehmen wir mal Kamerakünstler. Und du siehst halt genau, dass hier ein Originalkamera in irgendeiner Form die Vorlage war. Und ich hätte es in beiden Fällen besser gefunden, wenn er bei dem Artwork, das er nutzt, hier ein bisschen mehr Eigeninitiative gezeigt hätte. Also nicht einfach nur ein Foto abgemalt. Das finde ich immer irgendwie blöd, weil das letztlich für mich so ein, das mindert so ein bisschen die Wertigkeit. Das mag eine ganz subjektive Wahrnehmung sein, aber ich finde es nicht so geil. Ja, und es war aber ein moderner, kurzweiliger Horrorcomic, wie er in der Form, und das war eine meiner Gedankengänge, auch durchaus in so einem Horrorschocker erscheinen könnte. Wir haben hier vor kurzem von Weißblech diese Anthologie-Reihe besprochen. Und außer, dass das im Klammern Manga ist, gibt es eigentlich für mich keinen Grund, dass das hier nicht in so einer Anthologie hätte auch erscheinen können. Und da muss man auch mal sagen, das wäre eine Frage, die ich gerne an den Breedstorm weitergereicht hätte. Was macht diesen, ich rede jetzt wirklich noch vom ersten, den zweiten, können wir uns ja vielleicht mal für den Patrick aufheben, Geschichte. Was macht diesen Comic hier eigentlich zu einem Manga? Also er spielt in Japan, okay, und er wird von hinten gelesen, also in der, wenn man so will, falschen Reihenrichtung, so. Aber was, also das Ganze hier, warum ist das eigentlich noch Manga? Die Figuren wirken jetzt aus meiner Sicht nicht allzu Manga-esk. Die Panel-Aufteilung auch nicht. Ich finde, die Mimik ist nicht so übertrieben, wie ich es mir aus einem klassischen japanischen Manga vorstelle. Und so insgesamt ist das für mich ein gutes Beispiel dafür, dass Comics und Manga und diese Grenzen, die gerne mal gezogen werden, also immer schwerer festzustellen sind, für mich persönlich. Ja, das waren jetzt ganz viele Sachen in zwei Minuten Monolog und deswegen möchte ich gerne mal weiterreichen. Patrick, wie hat es dir denn gefallen? Was denkst du denn? Mir hat der Comic optisch sehr viel Spaß gemacht. Der war wirklich gut gezeichnet und ja, ich war überrascht, wie gut auch Manga von einem Deutschen funktioniert. Das haben wir mittlerweile öfter mitbekommen. Aber auch hier gerade das Spiel mit den Schattierungen und was den Splatter-Gehalt angeht, da ist er schon sehr, sehr detailverliebt gewesen. Ob er sich dafür Bilder von Verwesung hätte anschauen müssen, ist jetzt mal dahin gesagt, er ist jetzt mal in Frage gestellt. Mir war der Hauptcharakter eben vom Anfang an unsympathisch. Der kommt hin, nimmt seine Katze zum Spukhaus. Ja, was soll da schon groß passieren? Ja, natürlich. Es passiert genau das, das mit dieser bekannten Nudelsuppe. Das ist ein Running Gag. Das hat sich durch diverse Animes gezogen. Also diese Marke, die wird auch bei Lipon genannt, die wird auch bei Cowboy Bebop genannt. Also die Marke zieht sich quasi wie so ein Running Gag durch diverse Mangas und Animes. Vielleicht war das eine Verbeugung davor. Aber ich habe absichtlich jetzt nicht den Namen genannt. Inhaltlich war mir das ein bisschen mau, aber optisch reißt er einiges mit seinem Storytelling dann doch raus. Also das ist alles wirklich ultra vorhersehbar aus einer zweiten Story da, dieser Twist. Ist nichts passiert, was du nicht hättest kommen sehen. Gerade bei der zweiten Story ist es dann auch interessant, dass es in Deutschland spielt. Also dass man sich da mit der, dass da Süddeutschland quasi Vorlage ist. Wieso das jetzt unbedingt Manga sein muss, weiß ich nicht. Ich sehe da auch die Grenzen verschwimmen. Aber es war auf einem ähnlich hohen Level. Das meine ich jetzt wirklich als Kompliment wie die Lovecraft Mangas, über die ich so oft geredet habe. Also ich denke, Dominik Giel ist wahrscheinlich einfach sehr stark mit Manga sozialisiert und sieht da seine größte Inspiration für sein zeichnerisches Schaffen. Und wie Andi schon gesagt hat, die Leserichtung etc. Und ich finde schon, dass es teilweise in der Panel-Aufteilung auch durchaus erkennbar ist, dass das Manga beeinflusst ist. Was den zeichnischen Stil angeht, ja, also ich glaube schon, es gibt auch Manga, die so gezeichnet sind. Aber das, was wir vielleicht auch so ein bisschen vorurteilsbehaftet häufig so als Manga-Stil bezeichnen, das ist es natürlich nicht. Das ist einfach auch aus einem anderen Genre als jetzt eben so der klassische Schonen-Manga oder was auch immer. Mich hat es hauptsächlich interessiert, weil eben ja, deutscher Manga finde ich spannend. Junger Tätowierer, der seinen ersten Manga rausbringt. Gruselgeschichte abgeschlossen. Zwei Kurzgeschichten. Sehr gut. Ist ein Format für mich. Probiere ich aus. Einfach mal aus Interesse. Was die Inhalte der Geschichten angeht, sehe ich das auch so, dass das relativ klassische, nicht zwingend überraschende Geschichten sind, die aber jetzt nicht stümperhaft umgesetzt sind. Teilweise die Zeichnungen schon auch sehr derbe und explizit. Ich habe aber auch verschiedene Schwierigkeiten beim Lesen gehabt, auch was die Gestaltung angeht. Also zum einen sind so diverse große Schockmomente, die dann über Doppelseiten gezeichnet sind. Aber in so einem Taschenbuch ist es immer ein bisschen schwierig ist, wenn man die Mitte der Seite dann so in der Falz verschwindet und man dieses große, diese große Zeichnung, diesen großen Effekt dann teilweise nicht so richtig gut sieht, weil es eben, man das Buch sehr auseinanderdrücken müsste, um diesen Teil dann zu sehen. Das ist mir irgendwie so zwei, dreimal aufgefallen. Ich fand das mit den, mit der Kamera und mit den, mit den Cup Noodles da nicht so dramatisch. Ich, mir persönlich, mich stört es mehr in den Gesichtern. Hinten ist ja auch so ein kleines Interview drin mit Dominic Yell, wo er auch sagt, dass, dass er beim Erarten des Comics auch viel gelernt hat und dass sein, sein Stil noch realistischer geworden ist. Also das ist offensichtlich etwas, was er, was er auch wollte. Mir sind hier die Mimiken oft doch recht maskenhaft und sehr statisch vorgekommen, dass, wo wir so aspekteweise bei Alex Ross neulich drüber gesprochen haben. Also ich finde dann eben tatsächlich so einen reduzierteren, cartoonigeren Stil, wo Übertreibungen dann auch mehr transportieren können, was Gefühle, was Schrecken oder sonst irgendwas angeht, als eben so diese realistischen Szenen oder diese realistische Herangehensweise an Mimiken, die dann aber eben doch für mich sehr starr teilweise wirken. Also das ist dann nicht so mein Stil, der für mich nicht die richtige Atmosphäre transportiert, um mich so richtig dann reinzuziehen in das, was die Figuren da auch erleben. Ich fand, bei der zweiten Geschichte ist mir nicht ganz klar geworden, also es gibt da so einen Zeitsprung, die Geschichte geht so los mit dem, mit diesem Weihbischof in einer bestimmten Zeit, so während der Pest und dann gibt es so einen Sprung in die Vergangenheit, wo dann eigentlich diese Geschichte dieser Verbrennung erzählt wird. Mir ist nicht ganz klar geworden, warum es diese zwei Zeitebenen da gibt und was mir dieser kleine Prolog quasi darüber sagen soll, was mir dann, ja, was, wie die Verbindung ist zu dem, was da mehrere Jahre vorher passiert ist. Mein Hauptkritikpunkt und eigentlich, ich finde das schon gut, ja, also es ist nicht schlecht, also ich finde auch gerade so als Erstlingswerk ist das eine gute Sache. Ja, definitiv. Ich finde aber auch, dass bei einem großen Verlag, also ein Carlsen-Manga ist jetzt kein kleiner Verlag, da sind zwei Menschen als Redaktion genannt, die daran gearbeitet haben und da komme ich dann an einen Punkt, wo vielleicht fehlt mir da Einblick in gewisse Manga-Konventionen, aber ich habe mich mit der Platzierung der Sprechblasen mal wieder häufiger schwer getan. Also was die Reihenfolge, die Lesereihenfolge der Sprechblasen angeht, die Platzierung der Sprechblasen. Es ist zwar, das fand ich sehr interessant, also bei deutschen Manga ist es ja häufig so, wenn man sie quasi in westlicher Leserichtung aufblättert, dann kriegt es immer diese Seite mit, boah, stopp, hier geht es nicht los, sondern Manga musst du in eine andere Richtung lesen. Und dann ist tatsächlich auch für die Sprechblasen noch so eine kleine Grafik mit angegeben, in welcher Reihenfolge man die Sprechblasen lesen soll. Das ist etwas, was ich nicht sehe, wenn ich den Manga von vornherein schon richtig aufschlage, sondern nur, wenn ich also hinten aufschlage. Und auch da gerate ich tatsächlich, allein in dieser kleinen Grafik, gerate ich schon an die Probleme, die ich im Comic dann auch gesehen habe. Wenn eine Sprechblase über mehrere Panels hinausgeht, dann bedeutet das für mich, dass ich von dem einen Panel in das andere Panel diese Sprechblase hinein lese. Das ist ihr aber nicht so. Hier sind die Sprechblasen immer so gedacht, dass man von oben nach unten liest. Also immer quasi, dass die von oben nach unten her nächstkommende Sprechblase ist die, die ich als nächstes lese. Egal, wie sonst ihre Relation zu der gerade gelesenen Sprechblase ist. Ich glaube aber, also mein Gehirn funktioniert so, dass ich so quasi eigentlich so die nächste Sprechblase, die so den Lesefluss über die Seite macht, die so am nähesten zu der gerade gelesenen Sprechblase ist. Das ist hier aber nicht so. Und dann kommt es eben noch dazu, wenn diese Sprechblase, zu der ich als, zu der mein Auge als nächstes kommt, wenn die dann auch noch über das Panelboard oder so hinausragt, dann ist das für mich erst recht ein Zeichen, dass ich jetzt mal gesagt quasi nach unten lese und nicht nach ganz links außen, wo eigentlich die Sprechblase ist, die ich jetzt lesen soll. Oder auch, was mir auch aufgefallen ist, zwei Sprechblasen, die miteinander verbunden sind. Jetzt ist Manga so, ich lese von rechts nach links, was die Panels angeht. Und dann habe ich diese zwei Sprechblasen in einem Panel drin, die miteinander verbunden sind, so von oben nach unten, aber in einer Links-Rechts-Bewegung. Das heißt, sie gehen in der Richtung, wie ich eigentlich im Manga mein Auge nicht leiten soll, sondern mein Auge will ja eigentlich von rechts nach links geleitet werden, weil das die Panel-Anordnung ist, die ich lesen muss. Also da waren so ganz viele Sachen, wo ich mich gewundert habe, warum das so ist. Ja, gut, ich habe es nicht nachgeschaut, aber es kann gut sein. Ich habe auch tatsächlich schon früh in der, also ich hatte den Comic gesehen, als der in der Verlagsvorschau war, hatte mir den mal so gemerkt, wenn der irgendwann mal rauskommt, gucke ich mir den mal an, habe mir dann auch so die ersten Leseproben angeschaut und auch da habe ich mich schon über Sprechblasen gewundert. Das ist ein deutscher Comic in Deutschland entstanden, die Sprechblasen sind aber gestaltet, als wäre es eine japanische Übersetzung. Also die Sprechblasen sind teilweise viel zu groß, die müssen überhaupt nicht so groß sein. Das, was wir schon häufiger besprochen haben, klar, wenn japanische Schrift einfach anders funktioniert und man deutschen Text reinpasst, dann muss man das halt so anpassen. Jetzt könnte man in diesem Fall aber die Sprechblasen ja einfach den deutschen Text anpassen, weil es gibt keine japanische Vorlage dazu. Aber es wird wahnsinnig viel Platz für Sprechblasen aufgewendet, wo dann nur relativ wenig Text drin ist, was eigentlich nicht notwendig wäre. Und das sind dann so Sachen, wo ich gerne mal einfach mit Manga-Zeichnerinnen und auch den Redakteurinnen von solchen Mangas mal an einem Tisch sitzen würde und einfach mal Fragen stellen würde, ob es da irgendwelche Konventionen gibt, die ich nicht verstehe, die Manga-LeserInnen vielleicht so erwarten oder die dann deutsche Manga-ZeichnerInnen auch so machen, weil sie es eben von japanischen Übersetzungen so gewohnt sind. Wo ich mich aber wundere und als lesendes Publikum dann fragen muss, muss das so sein oder ginge das nicht eigentlich auch anders oder ist das einfach meine westliche Lesegewohnheit, die da jetzt irgendwie dagegen spricht. Das stimmt total. Gerade bei diesen großen Manga-Blasen, also auf der Seite 112, wäre jetzt so ein Beispiel, um einfach mal ein paar Zahlen noch zu nennen für die Lesenden, die das vielleicht dann parallel dazu hier irgendwie in der Hand haben und so. Es gibt keinen Grund, warum diese eine Sprechblase auf der Seite 112, bei der wir einen laufenden Mönch sehen und da stehen irgendwie eine Handvoll Worte in einer Sprechblase, warum da so ein riesengroßer weißer Freiraum in dieser Fläche noch drin ist. Gerade weil übersetzte Blasen und übersetzte Texte ja häufig auch eher in die Länge gehen. Also Japanisch ist ja eine andere Schreibrichtung als das Deutsche. Und ich stimme dir völlig zu, es hat mich nicht direkt gestört, aber es ergibt, also aus logischer Perspektive fällt es mir schwer, dafür einen Grund zu finden. Also auf dieser Seite 112, die du gerade ansprichst, allein das erste Panel, das hat jetzt nicht mit Sprechblasen zu tun, aber wir sehen hier diesen Mönch beim Gehen offensichtlich. Lese-Richtung ist rechts nach links, die Figur läuft aber links nach rechts. Das ist eigentlich kontraintuitiv. Ja. Also, ja, keine Ahnung. Es sind einfach so Sachen, wo ich sage, okay, das sind Sachen, die ich vielleicht auch einem Debutanten auch in gewisser Weise vielleicht auch verzeihen kann. Aber nicht dem Carlsen-Manga-Verlag, oder? Genau. Eben doch nicht, der spätestens, der müsste dann da irgendwo... Genau. Das ist dann die Frage eben, warum... Also vielleicht verstehe ich es nicht, vielleicht muss das so sein, das hätte ich aber gern mal erklärt dann eben von solchen Redakteurinnen oder ich frage mich dann eben, was macht die Redaktion hier? Warum sagen die dann nicht hier, guck mal, mach doch mal die Sprechblasen anders und lass den doch mal in die andere Richtung laufen. So wie das Auge eigentlich über eine Seite geführt werden soll. Vielleicht noch mal eine Frage in die Runde auch. Das ganze Ding heißt ja Mortales und wir sehen auf dem Cover halt eben diese Person, die auch durchaus eine Person sein könnte. Ich glaube, im Interview oder im Anhang steht, warum es zwei Personen sein sollen. War euch klar, dass ihr hier quasi zwei Geschichten bekommt? War euch das in der Kommunikation ans Publikum deutlich genug? Mir war es klar. Aber es hat wirklich was Two-Face-mäßiges. Ich hatte mich ja im Vorfeld schon damit beschäftigt, die Ankündigung gelesen, das Ikigai-Interview gehört, von daher wusste ich, dass es zwei Kurzgeschichten sind. Hinten steht es drauf, zwei Geschichten. Das sind die ersten zwei Worte, die hinten auf dem Band draufstehen. Keine Ahnung. Ja, ist gut. Alles klar. Ich wusste es nicht so, es war für eine Überraschung, aber es war gut. Ich kam damit zurecht, es war nicht so kompliziert. Sogar ich in unserer Kommunikation habe mehrfach darauf hingewiesen. Oder zumindest einmal drauf. Na dann. Also ich glaube, wir haben Positives an diesem Band durchaus gesehen. Wir haben aber auch gewisse Schwierigkeiten gesehen. Also ich wünsche mir schon, dass Menschen den kaufen und den auch lesen und da auch reingucken, allein um auch so junge deutsche Talente auch zu fördern und dass Dominik Jel da auch einen nächsten Band auch machen darf und auch dran lernen darf. Ich wünsche mir allerdings vielleicht eben auch, dass die Redaktion da noch ein paar Sachen anders vielleicht kommuniziert und anders gestaltet, dass der Lesegenuss noch gesteigert werden kann dabei. Vor allem verdecken diese großen Sprechblasen ja auch wirklich vieles und da siehst du teilweise nur so drei Punkte und ja, du hast jetzt den vielen Platz gebraucht. So wie ich das eben auch aus diesen Interviews verstanden habe, das was ich am Anfang sagte, hat Dominik Jel die Sprechblasen auch selbst platziert und der muss ja seine Zeichnungen nicht verstecken unter Sprechblasen, die einfach deutlich zu groß sind. Also das ist ja nicht notwendig. Ja, egal. Eigentlich nicht egal, aber ist halt so ein Thema, das ich spannend finde. Irgendwann hole ich mir mal so ein paar Manga-Nasen und stelle all diese Fragen, ob ich diese Konventionen einfach nicht verstehe und warum das so ist und warum das so sein muss. Nee, es ist eben auch schwer zu glauben, dass bei diesen ziemlich guten Zeichnungen dein Debutant dahinter steht. Deswegen stört einen das mit den Sprechblasen als Rechter. Da denkst du, okay, eigentlich müsstest du das besser wissen, oder? Der Verlag müsste da irgendwie mal dazwischen grätschen. Also, falls das jemand hört, vielleicht hört Dominik Jel uns auch zu. Ich weiß es nicht. Vielleicht hört auch jemand von Kasen Verlag zu. Lieber Dominik, wir mögen deine Arbeit. Wir finden den Manga gut. Das wollen wir ganz deutlich sagen. Also nochmal, das sind Hinweise, konstruktives Feedback und wir werden den zweiten Teil lesen. Da kommst du nicht drum rum. Oder was auch immer du sonst noch so machst demnächst. Keine Sorge. Ich freue mich auch, die Entwicklung zu sehen. Und auch, ob er vielleicht so in Sachen Storytelling sich da weiterentwickelt. Der hat es selber im Interview am Schluss geschrieben. Storytelling ist nicht seine Stärke. Trotzdem hat er schon allein über seine Zeichnungen viel erzählt. Der fehlt echt nur noch so ein bisschen Feinschliff. Und er macht bestimmt noch einen richtig guten Horrorcomic. Auch wenn der schon ziemlich gut war. Also, wie gesagt, es ist eine Empfehlung. Kauft den. Und wie gesagt, kauft euch diese erste Auflage. Allein dieser Druck, der dabei gelegt ist. Ich sage es nochmal. Allein dieser Druck ist echt schon super. Über den habe ich mich richtig gefreut. Das ist so eine Dreingabe, die finde ich auch echt lohnenswert. Also dieses Fallposter brauche ich jetzt nicht und Postkarten finde ich jetzt auch nicht immer so spannend. Aber dieser Druck ist sehr cool geworden. Cool. Ich sage vielen Dank in die Runde. Habt ihr noch irgendwas anzumerken, bevor wir hier jetzt Adieu sagen? Nee. Nur, also es ist immer wichtig zu betonen, wovon wir Rezensionsexemplare hatten. Und ich war der Einzige in der Runde, der jetzt von Mortalis vom Carlsen Manga, also von Carlsen Verlag das Rezensionsexemplar hatte. Und ansonsten haben wir, glaube ich, immer erwähnt, wenn das der Fall war, die Yps-Ausgabe, die hatten wir auch vorab geschickt bekommen vor dem offiziellen Release, inklusive sexy Bauchtasche. Liebe Grüße da an den Breedsoft, der die bestimmt jeden Tag trägt, in der Bahn, beim Lesen von Büchern, nicht von Comics. Und insofern, dankeschön. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adieu. Wenn ich darf, würde ich gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Ich habe mit dem Sam, Britt-Marie und Torben einen mittlerweile eigenen Cast gegründet, heißt Nerdbedarf. Und da sprechen wir über Marvel Recaps. Aktuell haben wir Torben an Sandman gesetzt und auch dazu wird es bald was geben. Also hört da gern mal ran, liebe Hörer, ob euch da was zusagt. Ich hätte auch noch einen kleinen Tipp. Und zwar wird stattfinden das Comic Festival Hamburg, habe ich jetzt gelesen auf Twitter. Und zwar vom 30. September bis 2. Oktober in Hamburg. Leute, guckt rein. Dann tschüss jetzt. Tschau. Tschüss. Adios.